Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße Sie alle miteinander ganz herzlich zur öffentlichen Anhörung des 27. Gesetzes zur Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes hier heute im Marie-Elisabeth-Lüdershaus. Ich freue mich, dass alle den Weg hier zu uns gefunden haben. Ich begrüße ausdrücklich im Namen des gesamten Ausschusses alle Sachverständigen und Besucherinnen und MedienvertreterInnen. Herzlich willkommen an alle anwesenden Ausschussmitglieder und die Zugeschalteten. Unsere heutige Anhörung wird als Präsenzsitzung stattfinden und gleichzeitig als WebEx-Videokonferenz. Und unsere öffentliche Anhörung wird zusätzlich durch eine Live-Übertragung im Parlamentsfernsehen hergestellt und den Hinweis auch, dass O-Töne verwendet werden können. Die Sachverständigenrunde besteht aus Matthias Anbuhl, Generalsekretär Deutsches Studentenwerk, aus Franka Bauernfeind, Bundesvorsitzende Ring christlich-demokratischer Studenten, Sonja Bolenius, Abteilung Bildungspolitik und Bildungsarbeit vom Bundesvorstand Deutscher Gewerkschaftsbund, DGB, Lohne Grother, Vorstand freier Zusammenschluss von Studentinenschaften e.V, Ulrich Müller, Leiter politischer Analysenzentrum für Hochschulentwicklung, CAE, Dr. Isabel Rohner, Referatsleiterin Bildung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e.V und Prof. Dr. Ulrike Tippe, Vizepräsidentin der Hochschulrektorenkonferenz HRK und Präsidentin der TH Wildau und Katja Urbatsch, Arbeiterkind.de, GmbH. Vielen Dank an alle Sachverständigen, dass Sie sich heute zur Verfügung stellen, der Einladung gefolgt sind und vor allem auch für die Abgabe schriftlicher Stellungnahmen im Vorfeld, die Sie finden auf der Ausschussdrucksache 20 18 30 A folgende. Diese haben auf jeden Fall den Ausschussmitgliedern die Vorbereitung erleichtert. Besten Dank. Zur Struktur ein paar technische Hinweise. Gemäß einer interfraktionellen Vereinbarung werden die Sachverständigen die Gelegenheit haben, zu Beginn ein dreiminütiges Statement abzugeben. Wäre großartig, wenn Sie nicht überziehen. Der Aufruf wird in alphabetischer Reihenfolge der Sachverständigen erfolgen. Die Reihenfolge der fragenden Berichterstatterinnen richtet sich nach der Fraktionsstärke. Jeder Fraktion stehen in der Berichterstatterinnenrunde fünf Minuten für die Fragen und die Antworten der Sachverständigen zur Verfügung. Das sogenannte Frage-Antwort-Kontingent, womit wir heute erstmals experimentieren. Gemäß unserer ausschussinternen Vereinbarung probieren wir das aus. Also wer dann bei drei Minuten, zweieinhalb Minuten an fünf Leute fragt, würde dann von fünf Sachverständigen nur 30 Sekunden eine Antwort bekommen können. Das würde nicht funktionieren. Deshalb kurz, prägnant, dynamisch, Frage-Antwort. Für die weiteren Nachfragerunden steht jeder Fraktion nach dem sogenannten Achterschlüssel drei Minuten für die Fragen und die Antworten zur Verfügung. Wir versuchen, als Ende der Anhörung 12.30 Uhr anzupeilen. Und ich bitte dann die Kolleginnen und Kollegen, im Saal zu bleiben für unsere kurze nicht öffentliche Ausschusssitzung. Zur Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt. Und ich hatte schon darauf hingewiesen, dass Live-Übertragung stattfindet, wir in der Mediathek des Bundestages abrufbar sein werden und O-Töne genutzt werden können. Kurze Hinweise noch für alle, die per WebEx zugeschaltet sind. Bitte Mikrofon und Lautsprecher von Anfang an und möglichst durchgängig dann auf Stumm schalten, um Rückkopplungen hier im Saal zu vermeiden. Im Saal erfolgt die Beratung wie gewohnt über das Saalmikro und die Lautsprecher. Bitte möglichst nah ran und laut rein sprechen, weil die Akustik nicht besonders gut ist. Wir wollen uns ja alle miteinander gut verstehen. Vorlagen unserer Anhörung auf der Bundestagsdrucksache 20.16.31, Gesetzentwurf der Bundesregierung und auf Bundestagsdrucksache 20.17.34, Antrag der Abgeordneten der Linksfraktion, BAföG existenzsichernd und krisenfest gestalten. Als kurze Einführung noch der letzte Bericht der Bundesregierung nach Paragraf 35 BAföG zeigt, dass die Anhebung der Freibeträge und Bedarfssätze mit dem 26. BAföG-Änderungsgesetz von 2019 nicht ausreichend waren, um eine Trendwende bei den geförderten Zahlen einzuleiten. 89 Prozent der Studierenden erhalten kein BAföG. Das ist leider ein historischer Tiefstand. Die Bundesregierung und die sie tragenden Fraktionen planen gemäß des Koalitionsvertrags von SPD, Grünen und FDP mehr als eine BAföG-Reform in dieser Wahlperiode, die heute diskutierte, soll zum Wintersemester 2022-23 in Kraft treten. Die wesentlichen Inhalte der Novelle sind die Anhebung der Freibeträge um 20 Prozent, die Anhebung der Bedarfssätze und des Kinderbetreuungszuschlags um 5 Prozent, bei zugleich überproportionale Anhebung des Wohnzuschlags für Auswärtswohnende auf 360 Euro, die Anhebung und zugleich Vereinheitlichung der Altersgrenze auf 45 Jahre zu Beginn des zu fördernden Ausbildungsabschnittes, die Anhebung des Vermögensfreibetrags für Geförderte auf 45.000 Euro, die Erleichterung der digitalen Antragsteller durch Verzicht auf die Schriftformerfordernis und Ermöglichung der Förderung einjähriger in sich abgeschlossener Studiengänge, auch wenn sie komplett in Drittstaaten außerhalb der EU absolviert werden und die Ausweitung der Erlassmöglichkeit der Darlehensrestschuld nach 20 Jahren für Altfälle auch auf Rückzahlungsverpflichtete. Soweit die Vorrede. Ich hoffe, dass alle Unklarheiten beseitigt sind. Wir starten jetzt mit den Sachverständigen-Statements und ich erteile das Wort als erstem Matthias Anbuhl, erstmals in seiner neuen Rolle als DSW-Generalsekretär hier bei uns im Ausschuss. Herr Anbuhl, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Ausschussvorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, hier zu sein und es freut mich vor allen Dingen live und in Farbe mal wieder bei Ihnen zu sein. Und Sie nicht nur als WebEx-Kachel zu sehen, das ist einfach auch wieder ein schönes Erlebnis für mich. Vielen Dank. Und es freut mich auch, ich will ja in der Zeit bleiben, dass die Bundesregierung doch die Frage der BAföG-Reform verschärft angeht und auf die Tagesordnung bringt. Ich denke, das ist ein wichtiger Schritt. Das BAföG ist ein wunderbares Instrument, um Chancengleichheit beim Zugang zur Hochschule herzustellen. Aber es hat in den letzten Jahren stark gelitten. Man kann das an zwei Punkten festmachen. Erstens, es gibt eine Form der strukturellen Armut. Das haben wir schon unter Studierenden. Das haben wir schon festgestellt bei der Überbrückungshilfe, die Studierenden und Studentenwerke administriert haben, dass wir viele Studierende dort hatten, die eigentlich nach ihrem Kontostand eine Überbrückungshilfe beziehen können. Aber die Armut war nicht pandemiebedingt, sondern sie war vorher schon gegeben. Und deswegen mussten wir sie ablehnen. Das heißt, auch da zeigen sich Baustellen bei der Studienfinanzierung. Das Zweite ist, immer weniger Studierende werden erfasst vom BAföG. 71 waren es mehr als 40 Prozent. 2010 waren es 25 bis 30 Prozent. Jetzt sind es 11 Prozent. Wir brauchen eine Trendumkehr. Und meines Erachtens liegt es daran, dass man das BAföG eben nicht regelmäßig an Einkommen und Preise, aber auch an veränderte Lebens- und Studienwirklichkeiten angepasst hat. Und hier sind in der Tat drei Punkte wichtig. Man braucht eine finanzielle Verbesserung des BAföGs, man braucht eine strukturelle Reform des BAföGs und man muss es digitaler und einfacher machen. Diese drei Punkte sind wichtig. In der jetzigen Novelle, wenn ich sie mir anschaue, geht man vor allen Dingen auf eine Anpassung. Wir finden sehr gut die Anhebung der Elternfreibeträge um 20 Prozent. Das ist ein wichtiger Schritt und eine echte Hausnummer. Wir finden sehr gut die Anhebung der Altersgrenze auf 45. Wir haben aber Kritik durchaus an der Anhebung der Bedarfssätze. Dass sie angehoben werden, ist gut, aber die Anhebung um 5 Prozent ist, wenn man sich den März und April schaut, schon hinter der Inflation zurück, sodass wir de facto fürchten, dass es zu einem Kaufkraftverlust kommen kann, der Studierenden mehr zu Bedarf setzen, Grundbedarfssatz gerne auch später. Wir haben auch Kritik an den Vermögensfreibeträgen von 45.000 Euro. Ich sehe das zunächst mal im Zusammenhang mit der Altersgrenze, dass man sagen kann, für Leute über 35, 40, 45 in dem Alter sind die angemessen, weil die einfach anders angespart haben. Aber für Studienanfängerinnen sind 45.000 Euro eine erhebliche Summe. Und wir sehen dort auch, das steht in unserer schriftlichen Stellungnahme, auch die Möglichkeit, dass Unterhaltsverpflichtungen auf den Staat einfach dann weitergeleitet werden in der Praxis. Da können wir gerne auch später nochmal kommen. Unter dem Strich bleibt, es gibt Licht und Schatten bei dieser angeplanten Novelle. Wir hätten uns noch mehr Mut bei strukturellen Reformen gefordert, Regelstudienzeit, Förderungshöchstdauer, Fachrichtungswechsel. Das hätte man vielleicht auch im ersten Schritt angehen können. Aber letzten Endes, jetzt geht man es im zweiten, dritten oder vierten Schritt und entscheidend, wenn man die Trendumkehr schaffen wird, werden alle Reformen in der Gesamtschau sein. Also die zweite, dritte, vierte Reformen sind mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger als die erste. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Anbuhl vom DSW. Als nächstes Franka Bauernfeind vom RCDS. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Anwesende. Mein Name ist Franka Bauernfeind. Ich bin 23 Jahre alt und studiere an der Universität Erfurt. Als Bundesvorsitzender des RCDS möchte ich gerne zum vorliegenden Gesetzentwurf kurz Stellung beziehen. Ich kann mich insofern meinem Vorredner anschließen, als dass die Bedarfssätze zu gering bemessen sind. Der Grundbedarf mit einer geplanten Anhebung von auf 449 Euro ist nicht nur in Anbetracht der aktuell hohen Inflation und Lebenshaltungskosten niedrig, sondern war auch bereits vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs der hohen Energiepreise und Lebensmittelpreise zu gering bemessen. Auch die Wohnkostenpauschale mit einer geplanten Anhebung von auf 360 Euro entspricht nicht der Lebensrealität von Studenten, die in größeren und großen Städten eine Wohnung suchen und mit anderen auf dem privaten Wohnungsmarkt konkurrieren. 90 % aller Studenten wohnen nicht in Studentenwohnheimen. Das heißt, die Konkurrenz am privaten Wohnungsmarkt ist entsprechend hoch. Dass die Freibeträge um 20 % steigen sollen, begrüßen wir. Allerdings enthält der Gesetzentwurf keinen Vorschlag für eine regelmäßigere Anpassung der Freibeträge und Bedarfssätze, wie es aber im Koalitionsvertrag der Bundesregierung versprochen und angekündigt wurde. Und das ist einfach dringend erforderlich, einen solchen Vorschlag auch jetzt schon zu unterbreiten, um das BAföG flexibel zu gestalten, aber vor allem auch zukunftsfest zu machen. Darüber hinaus kritisieren wir als RZDS das unter anderem die Evaluation der Förderungshöchstdauer, die Prüfung einer Teilzeitförderung und die schlankere, schnellere und digitalere Gestaltung der Antragstellung im Koalition im Gesetzentwurf fehlen. Diese Punkte sind ebenfalls im Koalitionsvertrag unter anderem festgehalten und könnten bereits jetzt in der aktuell vorliegenden Änderung des BAföGs untergebracht werden, weil allein der Wegfall der Schriftformerförderung ist gerade aus Studentensicht ein Beitrag zur kleinen Entbürokratisierung der Antragstellung, aber mitnichten eben eine Volldigitalisierung und eine volle Erleichterung bei der Antragstellung. Unterm Strich ordnet der RZDS den vorliegenden Gesetzentwurf als Anhebungsnovelle ein. Es ist keine Reform, keine umfassende Reform, weil genannte Punkte, die jetzt hätten schon untergebracht werden können, nicht im Gesetzentwurf enthalten sind. Vielen Dank. Danke, Franka Bauernfeind vom RZDS. Als nächstes Sonja Bolenius, DGB. Vielen Dank, sehr geehrte Abgeordnete, sehr verehrter Herr Vorsitzender, liebe Gäste. Das BAföG soll ermöglichen, Bildungswünsche unabhängig vom Geldbeutel der Eltern zu verfolgen und soll damit auch das Grundrecht der freien Berufswahl wirklich werden lassen. Ich glaube, das ist noch mal wichtig, sich das zu vergegenwärtigen, dass es nicht nur um die Frage von sozialen Zugängen und Chancengleichheit geht, sondern auch um die freie Berufswahl. Zu den Versäumnissen der Vergangenheit hat Herr Anbult schon einiges gesagt. Das muss ich jetzt nicht wiederholen. Auch seitens des Deutschen Gewerkschaftsbundes begrüßen wir sehr, dass die Bundesregierung eine deutliche Erhöhung der Freibeträge ins Auge gefasst hat. Ich glaube, das wird sehr hilfreich sein. Genauso auch die Erhöhung der Altersgrenze. Ich glaube, das sind zwei sehr, sehr wesentliche Schritte. Die Erhöhung des BAföG-Bedarfssatzes auf 449 Euro springt aus unserer Sicht zu kurz. Das wird bereits durch die Inflation heute schon aufgefressen. Wir würden der Bundesregierung empfehlen, hier deutlich nachzulegen. Der DGB schlägt 150 Euro pauschal vor. Wir haben das auch berechnet. Die Unterlagen kennen Sie ja. Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner Vorlage an das Bundesverfassungsgericht 2021 zudem auch noch sehr deutlich herausgearbeitet, dass die Berechnung der Bedarfssätze erhebliche Mängel aufweist, die auch bis heute fortbestehen. Von daher auch noch mal in diese Richtung der Appell, auf jeden Fall hier jetzt tätig zu werden und eine Berechnungsmethode zu entwickeln und zügig vorzulegen, die den Anforderungen des Bundesverwaltungsgerichtes entspricht und nicht zu warten, bis das Bundesverfassungsgericht zu seinem Urteil kommt. Ich glaube, die Argumentation des Bundesverwaltungsgerichts ist da sehr klar. Die Mängel betreffen die Art und Weise der Ermittlung des Bedarfssatzes, die unklare Abgrenzung zwischen Lebenshaltungskosten und Unterhaltskosten für die Ausbildung und die mangelnde zeitnahe Aktualisierung, auch das war ja schon angesprochen. Insbesondere muss deutlich werden, was im Bedarfssatz ist, für was, was dient dem Lebensunterhalt, was dient der Ausbildung. Besonderen Druck sehen auch wir beim Thema Wohnen, auch das ist schon angesprochen worden. Die Erhöhung auf 360 Euro für die Mietkostenpauschale wird an den meisten Hochschulstandorten nicht ausreichen. Aktuelle Mietenportalberechnungen kommen auf 414 Euro im Schnitt für ein WG-Zimmer. Da sieht man schon, wo das Problem liegt. Das ist eigentlich die günstigste Wohnform. Wir schlagen deshalb vor, sich besser an der Wohngeldtabelle zu orientieren. Damit hätte man auch gleichzeitig eine Regionalisierung und würde auf den Mietenmarkt vor Ort vernünftig reagieren können. Was fehlt? Ganz schnell die regelmäßige Anpassung, die Wiedereinführung des SchülerInnen-BAföG, die angekündigte Strukturreform, von der wir hoffen, dass sie sehr schnell nachgelegt wird, der Einstieg in mehr Elternunabhängigkeit der Förderung und die Anpassung der Regelstudienzeit. Und zum Abschluss trotzdem noch von unserer Seite auch noch mal, das ist sehr gut, dass jetzt so schnell der Entwurf vorgelegt worden ist. Und wir hoffen auf eine schnelle Strukturreform. Danke. Danke, Frau Bulenius vom DGB. Als nächstes Lohne Grotha, FZS. Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete und liebe Studierende, die zuhören. Vielen Dank für die Möglichkeit, den Studierenden in diesem Prozess eine Stimme zu geben. Als bundesweite Studierendenvertretung kennen wir die Betroffenen und ihre Bedürfnisse. Wir wissen um die strukturellen Probleme des BAföG. Ich persönlich habe zudem während meines Bachelorstudiums selber BAföG bezogen. Ich spreche damit heute sowohl aus meiner Perspektive als Studierendenvertreterin als auch aus persönlicher Betroffenheit. Bildung ist ein Menschenrecht und Finanzierbarkeit eine konkrete Rahmenbedingung, die Studium ermöglicht oder eben verhindert. Wir diskutieren hier daher um nicht mehr und nicht weniger als die schlichte Frage, wer darf studieren und wer kann sein Recht auf Bildung durchsetzen. Wenn wir diese Frage eben mit alle beantworten möchten, dann können wir nur zu dem Ergebnis kommen, dass diese Reform unzureichend ist. Denn schon die geplante Erhöhung, das haben schon meine VorrednerInnen ausführlich zusammengefasst, sind zu niedrig. Ich brauche die Zahlen jetzt nicht wiederholen, aber es wird nicht mal die Inflation ausgeglichen. Real brauchen Studierende bis zu 1.500 Euro monatlich. Auch die weiteren Anpassungen sind nicht ambitioniert genug. Eine 20-prozentige Erhöhung der Elternfreibeträge ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber erreicht eben noch lange nicht alle. Generell sollte Bildung nicht vom Elternhaus abhängig sein. Dass dies in Deutschland der Fall ist, ist sicherlich einer der Gründe dafür, dass Deutschland europaweit immer wieder auf den letzten Plätzen steht, wenn es um Bildungsgerechtigkeit geht. Sie erreichen damit mit dieser Novelle auch zu wenig Menschen und Aufstieg und mehr Chancengerechtigkeit durch BAföG rückt in weite Ferne. Bedenkt man, dass bei der Einführung einmal 45 Prozent aller Studierenden gefördert wurden und dass es heute nur noch 10 Prozent sind, dann klingt es beinahe zynisch, wenn bei diesen geförderten Zuwachsprognosen immer wieder davon gesprochen wird, was für ein großer Schritt diese Reform sei. Dieser Abfall der geförderten Zahlen kommt nicht daher, dass es Menschen heute besser geht. Das zeigt ja auch die gestern vom Paritätischen Bund veröffentlichte Studie, sondern vielmehr daher, dass die Anpassungen zu unambitioniert waren und der Verschuldungszwang, Studierende aktiv davon abhält, das BAföG zu beantragen. Dabei fließen jährlich Beträge in Milliardenhöhe zurück in den Bundeshaushalt, weil sie für das BAföG nicht abgerufen wurden. Selbst der Bundesrechnungshof verweist darauf, dass jetzt etwa ein halbes Jahr nach der Vereidigung von Ihnen als neue Bundesregierung ein Gesetzentwurf steht, ist ein guter erster Schritt. Doch dieser anfängliche Schwung darf jetzt nicht verpuffen. Denn wie unsere Stellungnahme zeigt, wie aber Sie auch allesamt in Ihren Statements vergangene Woche im Plenum betont haben, diese Reform kann nur ein Anfang sein. Lassen Sie uns daher gemeinsam darauf aufbauen und das BAföG wieder zu dem machen, was es einmal war. Ein Instrument für wahre Chancengerechtigkeit. Wir stehen Ihnen dabei gerne jederzeit mit unserer Expertise zur Seite. Wichtig ist und bleibt dabei ein Zeitplan. Das möchte ich dann doch noch einmal betonen. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und wir danken Ihnen, Frau Grotha vom FZS. Als nächstes Ulrich Müller vom CHE. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Abgeordnete. Ich sage es mal ostwestfälisch. Es gibt beim 27. BAföG-Änderungsgesetz nichts zu meckern. Und alle Vorhaben sind richtig, alle sind gut, alle sind unterstützenswert. Es gibt nichts zu meckern, aber es gibt auch nicht viel zu feiern. Großer Jubel bricht bei uns jetzt auch nicht aus. Warum? Ja, zum einen ist, glaube ich, beim BAföG der Nachholbedarf über die Jahre und Jahrzehnte so groß, dass sich möglicherweise das gar nicht mit einem Schlag reparieren lässt. Und zum anderen, das 27. BAföG-Änderungsgesetz hat doch in sich etwas Provisorisches. Es schraubt herum an einem Modell Baujahr 1971, an einem Oldtimer, der sich so, wie er jetzt da steht, vielleicht gar nicht auf den neuesten Stand bringen lässt. Das ist ein bisschen, wenn Sie mir das Bild gestatten, wie bei einem Schulbus, vielleicht einem Mercedes-Benz O305, Baujahr 71. Der hat über 50 Jahre Menschen an ihr Ziel gebracht. Gut und verlässlich, hat gute Dinge geleistet. Ich habe auch persönlich vom BAföG profitiert, hätte auch ohne BAföG nicht studieren können. Und dieser Omnibus fiel zwischendurch immer wieder aus. Er wurde wieder fit gemacht. Aber jetzt bleibt er immer öfters liegen. Er kommt kaum noch zum Einsatz und er droht, zu einem Museumsstück zu werden. Und aus Nostalgie schraubt man immer weiter rum an diesem Mercedes-Benz O305. Aktuell mit dem 27. BAföG-Änderungsgesetz ist es eigentlich nicht mehr als ein Ölwechsel oder ein bisschen Luft auf die Reifen zu geben. Der Bus wird noch mal richtig vollgetankt. Aber es ändert nichts an der Grundproblematik. Und bei aller Nostalgie, die ja manchmal auch den Blick ein bisschen trübt, müsste man eigentlich jetzt nüchtern sagen, dieser Bus, der hatte seine Zeit. Jetzt brauchen wir wirklich ein Nachfolgemodell, das heutigen Anforderungen entspricht. Also mehr Sitzplätze, Plätze für Kinderwagen, WLAN und Steckdosen an jedem Platz, mehr Reichweite, moderne Assistenzsysteme, Sicherheitssysteme und Niederflurtechnik führen einen barrierefreien Einstieg. Also am 27. BAföG-Änderungsgesetz ist nichts falsch. Aber das ist nur eine Zwischenlösung. Wir brauchen ein Nachfolgemodell, ein neues BAföG, vielleicht eine Bundesstudienförderung, einen Neuentwurf, der das Bewährte aufgreift und fortführt, aber insgesamt ein BAföG zeitgemäß macht, um wieder viele Menschen an ihr Ziel zu bringen. Ich weiß, die nächsten Schritte sind geplant und es ist ein bisschen kleinkariert, jetzt zu sagen, das fehlt. Aber vielleicht ist gerade das ein Problem, dass man schrittweise geht und dann das große Ganze ein bisschen aus dem Blick verliert. Und verzeihen Sie, wenn wir weiter drängeln und Druck machen, weil die Studierenden haben einen Druck. Danke. Vielen Dank, Herr Müller vom CAE. Als nächstes für BDA. Isabel Rohne. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe keine Autometaphorik mitgebracht. Ich möchte aber gerne zu Beginn festhalten, dass auch aus Sicht der Arbeitgeber in Deutschland das BAföG ein extrem wichtiges Instrument ist zur Sicherung der Chancengerechtigkeit in Deutschland, weil es bedarfsabhängig und gezielt junge Menschen unterstützt bei einer ersten schulischen oder akademischen Ausbildung, wenn dies die eigenen Ressourcen bzw. das Elternhaus eben nicht ermöglichen. Die Arbeitgeber halten es daher für extrem wichtig, dass das BAföG auch zukünftig die erreicht, die es brauchen und dies möglichst unbürokratisch und weit digitaler passiert, als dies aktuell der Fall ist. Bei der vorliegenden Novelle gibt es Punkte, die wir unterstützen, aber auch mehrere Punkte, die wir sehr kritisch sehen. Ich fange mit dem Positiven an. Vor dem Hintergrund der aktuellen Inflation unterstützen wir die Zielsetzung des vorliegenden Referentenentwurfs, die Bedarfssätze und Wohngeldzuschüsse anzupassen und die Einkommensfreibeträge von Eltern um 20 Prozent zu erhöhen. Wir hätten uns allerdings gewünscht, und hier will ich ganz ehrlich sein, dass hier auch eine Evaluation der letzten BAföG-Reform zugezogen wird mit der Chance, dass man eben noch zielgerichteter Anpassungen vornehmen kann. Wir bedauern es ausdrücklich und sehr, dass eine solche Evaluation der letzten BAföG-Reform bis heute nicht vorliegt. Positiv sehen wir auch, dass mit der vorliegenden Novelle eine stärkere Digitalisierung angestrebt wird. Aus unserer Sicht muss es das Ziel sein, konsequent und medienbruchlos zu digitalisieren, und zwar von der Antragstellung bis zur zügigen Bewilligung. Was wir hingegen am vorliegenden Referentenentwurf sehr kritisch sehen, ist, dass sich der vorliegende Gesetzesentwurf in der Förderlogik und im Charakter des BAföG vom bisherigen BAföG unterscheidet und sich davon entfernt. Bislang und nach § 68 SGB I war das BAföG eine Sozialleistung. Mit der aktuellen Novellierung sollen nun aber auch Personen gefördert werden können, die selber über ein beträchtliches eigenes Vermögen verfügen. Matthias Anbuhl hat es vorhin auch angesprochen. Durch die Anhebung der Vermögensfreibeträge von aktuell 8.200 Euro auf zukünftig 45.000 Euro setzen wir hier falsche Anreize. Eine solche Veränderung ist aus unserer Sicht nicht gerechtfertigt und im Sinne des BAföG sogar sozial ungerecht, da auch Geringverdienende über ihre Steuerleistungen das BAföG mitfinanzieren. Diese Abkehr von der Sozialleistung BAföG lehnen wir ab. Zwar halten wir es für nachvollziehbar und vor dem Hintergrund des Arguments der Verschuldungsängste auch sinnvoll, Vermögensfreibeträge anzuheben. Aber wir sehen da eine klare Grenze bei 15.000 Euro. Auch die Erhöhung der Altersgrenze auf 45 Jahre sehen wir kritisch. Gerade bei älteren Personen halten wir es für sinnvoller, berufsbegleitende Studien- und Qualifizierungsangebote zu nutzen. Auch die Argumentation mit der vorliegenden Novelle, die Förderquote des BAföG zu erhöhen und breitere Schichten der Bevölkerung zu erreichen, halten wir bei einer Sozialleistung für schwierig. Stattdessen wäre es wichtig, dass diejenigen, die den Bedarf haben, Unterstützung bekommen, diejenigen, die an Arbeit selber über Mittelverfügen eben nicht. Das gebietet aus unserer Sicht auch die aktuelle fiskalische Situation. Vielen herzlichen Dank. Ja, danke auch. Vielleicht als Hinweis, wenn ich sage, Sie müssten jetzt zum Schluss kommen, ein knackiger kurzer Satz, weil Sie dann schon deutlich über der Zeit liegen. Ihr Vorredner war deutlich drunter. Trotzdem wäre es schön, wenn wir jetzt im Zeitkontingent bleiben. Frau Prof. Tippe, HRK. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses, sehr geehrte Gäste, die HRK begrüßt die Bemühungen der Bundesregierung, eine Reform des Bundesausbildungsförderungsgesetzes auf den Weg zu bringen. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird aber, und wir haben es auch schon mehrfach gehört, ein erster Schritt getan, bei dem es nicht bleiben darf. Allen Beteiligten ist klar, dass hier zunächst einige wenige allernötigste Reparaturen vorgenommen werden sollten, während tiefgreifende strukturelle Reformen, sprich das Nachfolgemodell von Herrn Müller, noch ausstehen. Es ist gut, dass die Förderhöchstsätze angepasst worden sind. Die durchschnittliche Anhebung, auch das wurde schon mehrfach gesagt, von 5 Prozent reicht jedoch nicht einmal aus, um die Inflation des laufenden Jahres abzufangen. Es muss daher schnell einen Nachschlag geben und ein regelmäßiger Anpassungsmechanismus, ganz wichtig aus unserer Sicht, eingeführt werden, um den fortschreitenden Kaufkraftverlust der Ausbildungsförderung zu stoppen. Die aktuelle Situation zeigt, wie wichtig das ist. Wir begrüßen auch die Anhebung der Elternfreibeträge und die Erhöhung der Förderquote und haben gleichzeitig ganz erhebliche Zweifel, dass die geplante Justierung ausreicht, eine signifikante Wirkung zu erzielen. Die Entwicklung der Förderquote ist nach Inkrafttreten der Änderungen genau zu beobachten, Stichwort Evaluation, um schnell und konsequent nachsteuern zu können, damit das BAföG seinen Zweck als Ermöglicher von Chancengleichheit und Gerechtigkeit im Bildungswesen nicht endgültig verliert. Für das anzustrebende Ziel einer Elternunabhängigkeit der Ausbildungsförderung ist mit der Anpassung der Elternfreibeträge noch gar nichts gewonnen. Und wir sehen wirklich mit großer Sorge, dass die im Koalitionsvertrag zaghaft im Komparativ angedeutete Elternunabhängigere Gestaltung des BAföG derzeit nicht auf der Agenda des Ministeriums zu stehen scheint. Die Aufnahme eines Studiums darf nicht von den Einkommens- und Vermögensverhältnissen der Eltern und oder von deren Zahlungswilligkeit abhängen. Hierfür ist dringend Sorge zu tragen. Wesentliches Element zur Verwirklichung der Chancengerechtigkeit im Bildungswesen ist die Einführung einer grundsätzlichen Anspruchsberechtigung. Und das sehe ich auch als Präsidentin einer Hochschule so von Teilzeitstudierenden. Aus unserer Sicht ein wichtiger Punkt, denn auch aufgrund von Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen oder auch möglicherweise chronische Erkrankungen können diese oftmals kein Vollzeitstudium aufnehmen und auch nicht erwerbstätig sein. Ich bitte, das wirklich im Kopf zu behalten. Positiv hervorheben, da grenzen wir uns ein bisschen, grenze ich mich ein bisschen ab von meiner Vorrednerin, ist für uns die Anhebung der Altersgrenze auf 45 Jahren im Gesetzesentwurf. Wir würden sogar noch ein bisschen mutiger rangehen in diesem Bereich. Aber ich möchte auch mit etwas Positivem erst mal enden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Professor Tippe. Als nächstes Katja Urbatsch für Arbeiterkind. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Herzlichen Dank für die Einladung. Seit 14 Jahren unterstützen wir mit arbeiterkind.de Studieninteressierte und Studierende aus nicht akademischen Familien. Ich bin auch selber die Erste meiner Familie, die studiert hat. Letztes Jahr haben wir 50 Jahre BAföG gefeiert und es bleibt ein wichtiges Instrument, um ein Studium unabhängig von der sozialen Herkunft zu ermöglichen. Daher haben wir sehr gerne uns beteiligt an der BAföG-Kampagne des BMBF und sind stolz, dass Studierende von uns auf den Plakatwänden zu sehen waren. Wir begrüßen den politischen Willen, die Rahmenbedingungen für mehr Bildungs- und Chancengerechtigkeit zu verbessern. Die Zahl der BAföG-Berechtigten und Geförderten bleibt leider weiterhin sehr niedrig. BAföG muss eine planbare, einfache und in der Höhe angemessene Studienfinanzierung gewährleisten. Für unsere Zielgruppe besonders erfreulich ist die Anhebung der Altersgrenze auf 45 Jahre und die Erhöhung der Zuverdienstgrenzen auf die zukünftige Minijobhöhe. Die deutliche Erhöhung der Freibeträge ist ein richtiger und wichtiger Schritt. Dabei bleibt jedoch die Herausforderung, dass Studierende wissen möchten, was dies ganz konkret für sie bedeutet. Bekomme ich nun BAföG oder bekomme ich jetzt mehr BAföG? Wie viel genau? Die fehlende Möglichkeit, bereits vor dem Studium verlässlich zu erfahren, ob und mit wie viel BAföG sie rechnen können, ist aus unserer Sicht eine der größten Hürden, sowohl zur Studienaufnahme als auch zur Beantragung. Es braucht dringend einen zuverlässigen BAföG-Rechner vom Staat und einen Vorabentscheid über die BAföG-Höhe. Dass die Steigerung des BAföG-Grundbedarfs nicht den aktuellen Inflationszahlen folgt, ist hier schon mehrfach angesprochen worden. Ich möchte jedoch nicht allein auf die Steigerung schauen, sondern auf die Frage, ob mit dem Grundbedarf und der Wohnungspauschale überhaupt alle Kosten des Studiums gedeckt sind. Gerade bei den Kosten des Studiums haben immer mehr Hochschulen Rückmeldegebühren von 350 bis 450 Euro. Schon lange müssen Notebooks, Internet- und Studentenwohnungen mitfinanziert werden. Es wird Zeit, all diese Kosten ordentlich zu ermitteln und so auf einem Warenkorb basierend die Leistungshöhe zu ermitteln. Bei der Wohnpauschale kommt man bei Studienorten wie München wohl auch nicht herum, einen Zuschlag zu gewähren. Ein besonderes Problem bleibt dabei insbesondere für Studierende ohne finanzielles Sicherheitsnetz, die Studieneingangsphase. Hier müssen Kosten für Umzug, Kaution, Erste Miete, Einschreibungen noch vor dem ersten Studienmonat bezahlt werden. Die ersten BAföG-Zahlungen kommen häufig erst zwei oder drei Monate später. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass wir von Studierenden mit BAföG verlangen, dass sie überdurchschnittliche Studierende sind, weil sie sich an die Regelsstudienzeit halten müssen. Da würden wir uns wünschen, dass das eher der Durchschnittsstudienzeit entspricht und dass die Leistungskontrollen nach dem vierten Semester wegfallen, weil sie nicht mehr den Bologna-Studienordnungen entsprechen. Was für uns auch problematisch ist, ist die große Bürokratie, die Hürden, die damit zusammenhängen, auch, dass man die Eltern einbeziehen muss. Das ist für unsere Zielgruppe häufig eine große Hemmschwelle und grenzüberschreitend. Ganz zum Schluss möchte ich noch sagen, es gab ein Problem, es ist auch die Verschuldungsängste, gerade bei unserer Zielgruppe. Es gab eine Studie, die gezeigt hat, dass, wenn die Verschuldung wegfallen würde, der Darlehensanteil, dass dann die BAföG-Beantragungen steigen würden. Und aus unserer Sicht sollte man das mal prüfen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Urbatsch. Wenn ich mich hier so im Saal umschaue, dann sind hier mehr Arbeiterkinder, als viele denken. Und ich würde jetzt dann die erste Berichterstatterin und Berichterstatterrunde aufrufen. Hinweis noch an die Fragenstellerinnen. Bitte adressieren Sie Ihre Frage klar an eine Sachverständige oder einzelne Sachverständige, dass irgendwie klar ist, dass nicht alle antworten. Ja, und die Sachverständigen bitten wir dann um sofortige Beantwortung. Und das eben jetzt in der ersten Runde innerhalb von fünf Minuten. Mit diesen hoffentlich sachdienlichen Hinweisen rufe ich jetzt auf für die SPD-Bundestagsfraktion Dr. Lina Seitzel. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sachverständige, vielen Dank erst mal für Ihr Kommen und die Darlegung Ihrer Punkte. Ich nehme es so wahr, dass generell die Reform von Ihnen begrüßt wird. Insbesondere, das haben die meisten von Ihnen gesagt, die deutliche Erhöhung der Freibeträge um 20 Prozent, die digitale Antragstellung, die erleichtert wird und die auch die deutliche Erhöhung der Altersgrenze auf 45 Jahre. Und gleichwohl haben Sie auch immer wieder darauf hingewiesen, dass das nur eine erste Reform sein kann und weitere Schritte folgen müssen. Und dafür habe ich ein paar Fragen. Erstens haben Sie immer wieder die Bedarfssätze kritisiert. Und da wäre meine Frage an Sie, Herr Anbohl, wie denn ein zukünftiger Modus zur regelmäßigen bedarfsgerechten Ausgestaltung der Sätze aussehen kann und wie sich auch mehr Transparenz erzeugen könnte. Frau Bolenius, Sie kritisieren die derzeit geltenden Förderhöchstdauern im BAföG. Wir wollen ja eigentlich auch, dass das BAföG die Lebensbedingungen, die Studienbedingungen junger Menschen abdeckt. Welche Verlängerungsdauer ist Ihrer Einschätzung nach notwendig, um den veränderten Studienbedingungen Rechnung zu tragen? Und meine dritte Frage geht an Frau Urbatsch. Mich würde interessieren, welche weiteren Maßnahmen Sie für wichtig erachten, um die bestehenden Hürden bei der Inanspruchnahme von BAföG, insbesondere für ErstakademikerInnen zu senken, wie mögliche Modelle dafür aussehen können und welche Rolle auch der Darlehensanteil dabei spielt. Vielen Dank. Herr Anbohl. Ja, erstmal vielen Dank. Die Frage war ja nach den Bedarfssätzen im Prinzip. Da gibt es mehrere Ermittlungen. Das Deutsche Studentenwerk hat, glaube ich, 1990 schon das erste Mal einen Entwurf für einen studentischen Warenkorb vorgelegt, wie er aussehen könnte. Es gibt ja auch in der Sozialhilfe, im SGB II, auch regelmäßige Bedarfserhebungen, auch wie das empirisch ermittelt werden soll. Da sehen wir schon einen Bedarf, dass man die Bedarfssätze jetzt anhand der Einkommens- und Verbrauchstatistik, des Statistischen Bundesamts, des sozioökonomischen Panels sich nochmal anschauen kann und dann regelmäßig, ich würde sagen, so in Form aller zwei Jahre daraus eine Erhebung macht. Also ich denke schon, dass man da wirklich einen empirisch ermittelten Bedarf haben muss, jetzt für den studentischen Warenkorb. Das würde jetzt meine Zeit, glaube ich, sprengen, wenn ich das im Detail darstelle. Aber das ist wichtig, dass man das macht. Dankeschön. Frau Bolenius. Ja, vielen Dank. Ja, Förderungshöchstdauer, aus unserer Sicht müsste die Förderungshöchstdauer um zwei Semester tatsächlich erhöht werden, also Regelstudienzeit plus zwei, weil das die kritische Grenze ist, ab der gut zwei Drittel der Studierenden mit ihrem Studium auch abgeschlossen haben und wir dann eine vernünftige Abdeckung haben, weil im Moment ist es ja nur ein Drittel der Studierenden, die überhaupt in Regelstudienzeit im Bachelor abschließt. Damit ist eigentlich die Regelstudienzeit tatsächlich keine geeignete Messlatte, also die plus zwei. Und vielleicht noch ein Satz zu den Bedarfssätzen ergänzend. Wichtig wäre aus meiner Sicht, dass bei der künftigen Berechnung des Bedarfssatzes wirklich deutlich wird, was ist für den Lebensunterhalt und was ist Ausbildungskosten? Das fehlt bisher schmerzhaft. Danke. Frau Urbatsch. Ja, wie ich eben schon sagte, sind gerade Menschen aus finanzschwachen Familien auf eine Finanzplanung angewiesen. Das heißt, es ist wichtig, dass man bereits vor dem Studium herausfinden kann, wie viel BAföG bekomme ich und dass das auch verlässlich ist. Und dann ist wichtig, dass das BAföG wirklich kommt, wenn die Kosten entstehen. Und das ist eben häufig schon vor dem Studium. Das ist wirklich hochproblematisch. Das sind manchmal über 1000 Euro. Also ich hatte gerade wieder eine Studentin, die hat monatelang auf ihr BAföG gewartet und musste sich durchhangeln. Und auch der Bürokratieaufwand ist eben enorm. Das muss einfach schlanker werden und schneller. Die Bearbeitungszeiten sind eben lang, die Eltern mit einzubeziehen. Also die, vielleicht mögen Sie auch mal BAföG-Anträge ausfüllen, aber es überfordert einfach viele. Die haben häufig nicht die Kompetenzen, die Baanträge auszufüllen. Und es dauert zu lange, ist zu kompliziert. Und da würde ich mir wünschen, dass das einfach alles einfacher wird und auch dann im Studienverlauf. Und eben die Frage mit der Verschuldung, das ist ein ganz großes Thema, die Angst davor, weil Sie sich nicht vorstellen können, dass Sie es später mal zurückzahlen können. Vielen Dank. Noch eine Nachfrage? Genau. Ich hätte noch eine Nachfrage zu den Vermögensfreibeträgen von 65.000 Euro sind kritisiert worden. Herr Anbohl, Sie schlagen eine Staffelung vor. Wie kann die denn genau aussehen? Haben Sie da eine Vorstellung? Herr Anbohl. Ja, ich bin jetzt nicht sicher, ob ich es akustisch richtig verstanden habe. Das war die Frage nach einer Staffelung eigentlich. Was wir uns vorstellen können, ist, dass man eine Altersstaffelung macht. Altersgrenzen einzieht, wo man sagt, weil wir sagen, die Studienanfängerin mit 18, vielleicht bis 25 Jahren hat einen anderen Bedarf jetzt als jemand, der 40 bis 45 ist. So würde ich das Staffeln einfach nach Alter und Aufsteigenden machen, erhöhen die Preise. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Berichterstatterin der CDU-CSU-Fraktion, Katrin Staffler. Besten Dank und vielen Dank auch an die Sachverständigen für die Statements und die Möglichkeit, jetzt Fragen zu stellen. Ich würde meine Fragen gerne stellen an Frau Bauernfeind, weil ich es gut finde, auch tatsächlich die zu Wort kommen zu lassen, die es am Ende des Tages natürlich primär betrifft. Wir hören ja immer wieder, dass das BAföG jetzt nicht mehr, es ist auch heute angeklungen, nicht mehr so attraktiv ist, wie es vielleicht früher mal war, dass das Image gelitten hat. Wo kann man denn aus Ihrer Sicht ansetzen, um dem entgegenzutreten? In dem Zusammenhang wird oft auch von Ungerechtigkeiten im Verfahren gesprochen. Da würde mich interessieren, wo sehen Sie denn diese Ungerechtigkeiten und wie werden die dann auch entsprechend von den Studenten wahrgenommen? Dann, ich meine, die BAföG-Reform ist natürlich eine Herausforderung mit Blick auf die Bedarfssätze oder beziehungsweise abgesehen von den Bedarfssätzen und den Freibeträgen, mit Blick auf das, was Sie sich gewünscht hätten. Wo hätte denn die Novelle aus Ihrer Sicht noch sehr viel stärker ansetzen müssen, um auch tatsächlich dann eine Verbesserung herbeizuführen? Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Bauernfeind. Ja, vielen Dank für die drei Fragen. Ich fange mal hinten an bei den Verbesserungen. Wie auch bereits gerade angeklungen ist, ist eine Evaluation der Förderungshöchstdauer extrem wichtig, weil, auch das wurde bereits gesagt, 30 Prozent aller Studenten schließen in Regelstudienzeit im Bachelor ab. Ergo 70 Prozent nicht. Dadurch, dass sich das BAföG an der Regelstudienzeit bemisst, haben wir hier eine große Lösung. Lücke, die Studenten und den Status von Studenten und die finanzielle Lage natürlich entsprechend schwächt. Deswegen, weil es auch eine bundesweite Evaluation so nicht gibt, nach Regelstudienzeit, nach Studiengängen, welche Gründe, vielleicht, weil ich eine Familie gründe, vielleicht, weil ich ein Praktikum, ein einjähriges im Ausland mache, was ich mir für meinen Studiengang nicht anrechnen lasse, aber entsprechend für meinen Lebenslauf brauche, um am Arbeitsmarkt später auch zu konkurrieren und konkurrenzfähig zu sein. All das ist ja nicht erhoben. Also was sind die Gründe für eine verlängerte Regelstudienzeit? Und diese Evaluation braucht es auf jeden Fall, die ja auch angekündigt war. Außerdem das Thema Teilzeitförderung. Viele Studenten studieren in Teilzeit. Ob auch das die Gründe sind, weil sie eine Familie gründen oder andere Gründe, muss das auf jeden Fall geprüft werden. Auch das war angekündigt und das hätte eine echte Verbesserung für Studenten am Campus zufolge gehabt. Bezüglich des Images kann man sagen, ja, das Image des BAföG ist auf jeden Fall ausbaufähig. Jetzt kann man sagen, die Gründe sind vielleicht aus Unflexibilität des BAföG wegen großer oder wegen Hürden bei der Beantragung, Thema Digitalisierung oder auch der Angst vor Verschuldung. Unabhängig, ob diese Gründe jetzt gerechtfertigt sind oder nicht. Das will ich gar nicht sagen, sondern das führt dazu, dass eben das BAföG eigentlich ein mittelmäßiges Image hat. Und da wäre es wichtig, auch, dass er im Koalitionsvertrag angekündigt, eine gezielte Kampagne für das BAföG mit all diesen Themen, die man aufgreift, an die Studenten heranzutragen. Vielleicht auch schon an die Schüler. Frau Urbatsch hat es gesagt, dass man eben vorher weiß, was kann mir das BAföG alles ermöglichen, wie führt es zur Bildungsgerechtigkeit. Der letzte Punkt, die Ungerechtigkeiten hatte ich letztendlich eigentlich schon benannt, ein bisschen in der Teilzeitförderung. Beim Prozess ist natürlich das Thema Digitales, digitale Antragstellung ein Riesenthema, das eben so immer noch nicht auch umgesetzt ist. Die letzte Regierung hatte ja BAföG digital eingeführt, also die Möglichkeit, das Ganze auch digital jetzt zu beantragen. Allerdings ist das natürlich jetzt nicht voll digitalisiert und das würde ich mir jetzt wünschen für die Studenten, dass es die jetzige Koalition auch angeht. Frau Staffler, noch eine Nachfrage? Ja, ich würde gerne noch mal auf ein Thema kommen, das jetzt auch schon angeklungen ist in den vorhergehenden Fragen und Statements, und zwar das Thema Eltern unabhängiger des BAföG. Da wissen wir ja, dass Sie das nicht unbedingt befürworten. Mich würde interessieren, welche Befürchtungen Sie denn mit Blick auf die Zukunft haben, wenn das Ganze elternunabhängiger wird. Ich vermute, dass die Frage sich wieder an Frau Bauernfeind richtet. Okay, Frau Bauernfeind. Okay, ich mache es ganz schnell. Ich schließe mich der Frau Rohner an aus zwei Punkten. Das BAföG muss Sozialleistung bleiben, weil es, wenn es nicht Sozialleistung ist und eben ein Grundeinkommen für Studenten ist. Ja, jetzt ist die Zeit abgelaufen. Darf ich noch antworten? Also den Satz beenden auf jeden Fall, aber schnell. Also es schafft einfach Ungerechtigkeiten denjenigen Studenten gegenüber, die nicht auf das BAföG angewiesen sind. BAföG muss Chancengerechtigkeit und Bildungsgerechtigkeit sein und schaffen in Deutschland. Und all diejenigen, die allein aus der finanziellen Situation der Eltern es möglich ist, ihr Studium und ihre Lebenshaltungskosten zu finanzieren, wäre das denjenigen gegenüber, die eben den Bedarf brauchen vom Staat. Und von daher muss das BAföG auch weiterhin Sozialleistung bleiben, allerdings mit einer Anhebung der Bedarfssätze. Okay, vielen Dank. Es waren sehr viele Kommatas drin. Dann komme ich jetzt als nächstes zu Laura Kraft, Berichterstatterin für Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Herr Vorsitzender und vielen Dank an unsere Sachverständigen Gäste für ihre Ausführungen. Und Frau Urbatsch hat ja eben ausgeführt, welche bürokratischen Hürden auch mit der Beantragung des BAföG einhergehen. Und Sie haben ja eben gesagt, ob jemand von uns schon mal einen BAföG-Antrag ausgefüllt hat. Und ich glaube, das würde ich gar nicht so in Frage stellen. Es gibt bestimmt auch mehr Leute als wir denken in dieser Runde, die das schon mal gemacht haben. Und meine Frage an Herrn Anbohl wäre in Bezug darauf, ob Sie eine Einschätzung abgeben könnten, welche Zeitersparnis vermutlich erfolgen könnte, wenn wir die BAföG-Beantragung bzw. die Bearbeitung des BAföG-Bescheids, wenn wir diese Prozesse digitalisieren, ob es da eine Einschätzung seitens der Studierendenwerke gibt. Und dann würde ich auch an Frau Professorin Tippe mit anschließen und ob Sie von der HRK diese bürokratischen Hürden auch so scharf sehen und welche Einschätzung Sie dazu hätten. Vielen Dank. Herr Anbohl. Vielen Dank, Frau Kraft. Genau auf die Minute für den Antrag kann ich Ihnen das nicht sagen. Aber ich kann hier darauf hinweisen, dass eigentlich die BAföG-Antragstellung digital ist. Der Prozess dahinter, aber nicht. Das heißt, das BAföG-Amt muss in dem Moment, wenn der Antrag digital eingereicht wird, eine Papierakte anlegen. Da wird kopiert, gedruckt, verglichen, ob das alles richtig ist oder nicht stimmt. Und das ist ein Prozess, der enorme Zeit dauert. Und der dauert auch noch enorme Zeit, weil wir zu wenig Leute in den BAföG-Ämtern haben. Zusatzaufgaben, Werheitskostenzuschuss kommen noch mit dazu. Das ist ein Problem. Das heißt, bei der Frage der Digitalisierung sehe ich in der Tat im Prozess hinter der Antragstellung einen enormen Zeitbedarf, den man gewinnen kann. Wenn wir wirklich eine E-Akte hätten, das einheitlich gestalten würden, das ist natürlich auch eine Frage der Länder. Aber ich habe ja hier auch, Sie haben ja auch Ländervertreterinnen in Ihren Parteien. Insofern kann ich appellieren, dass wir wirklich da vorankommen müssen, diesen Prozess zu digitalisieren. Auf die Minute kann ich Sie nicht berechnen. Vielen Dank, Frau Professor Tippe. Also Digitalisierung ist ja immer so ein Buzzword, so ein bisschen. Und man denkt immer, es geht alles besser und schneller. In vielen Fällen ist es aber auch in der Tat so. Und wenn die aus Hochschulsicht insbesondere ist es, glaube ich, ganz entscheidend, dass wir den Prozess insofern vereinfachen, weil auch der riesige Beratungsbedarf an den Hochschulen letztendlich auch entsteht. Sie machen sich ja keine Vorstellungen, wie die Kolleginnen und Kollegen, die Sie für BAföG-Beratung hergeben, wo ich bitten muss, macht das bitte, wie die sozusagen getrieben sind und auch, sage ich mal, extrem belastet sind. Von daher ist ein klarer Prozess, der angemessen digitalisiert ist, für alle Beteiligten aus Hochschulsicht extrem hilfreich. Wir haben dort im anderen Kontext, aber das war sozusagen noch ein Aspekt, der gar nicht rankam, Schaffung eines Notfallmechanismus. Da gibt es ja einen entsprechenden Referentenentwurf. Da geht es ja im Prinzip auch ein bisschen darum, Nachweise zu vereinfachen. Das hat mit Digitalisierung nicht so viel zu tun. Wir sind im Moment extrem flexibel, was die ukrainischen Studierenden zum Beispiel betrifft, auch in dem Fall im Notfall einfach mal sozusagen dem Anschein, also Glauben schenken, Vertrauen und dadurch auch Dinge vereinfachen. Wie gesagt, kein Digitalisierungsthema, aber auch noch mal ein ganz wichtiger Punkt, der vielleicht zur Entschlackung hilft. Frau Kraft, noch Fragen? Ja, Sie haben die Nothilfe angesprochen. Dann würde ich an Sie zurückfragen, welche Bedingungen würden Sie sich dann für die Nothilfe wünschen? Wie müsste das dann aussehen? Also wir haben es ja in der Corona-Pandemie erlebt, auch wirklich am eigenen Leib, jetzt nicht wirklich persönlich, aber so wirklich direkt vor der Haustür. Und es ist einfach so, dass die Prozesse zu lange dauerten. Ja, das war wirklich so. Es konnten sich Studierende nicht mehr den Liter Milch kaufen. Das kann man sich kaum vorstellen. Das war aber so. Und das heißt also sozusagen, die Reaktionszeit muss natürlich kürzer werden. Und ich sagte es schon, die Nachweise, dass man wirklich in der Situation ist, in einer akuten Notsituation, da muss man etwas entspannter mit umgehen. In Krisenzeiten ist die Perfektion der größte Feind des Guten. Ich sage einfach nur Danke. Dem schließe ich mich dann an. Und dann kommen wir zur Berichterstatterin der FDP, Bundestagsfraktion Ria Schröder. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Liebe Studierende, sehr geehrte Damen und Herren Sachverständige. Vielen Dank erst mal für Ihr Kommen und Ihre Statements. Ich habe vier Fragen. Ich würde die nacheinander stellen und Ihnen direkt die Möglichkeit zur Antwort geben. Und würde gerne starten mit Frau Bauernfeind. Denn Sie haben ja kritisiert, die digitale Antragstellung würde fehlen. Das Schriftformerfordernis ist aus meiner Sicht eigentlich ein Riesenerfolg dabei. Ich habe selber BAföG beantragt während des Studiums und hätte mir gewünscht, dass es das damals schon nicht mehr gegeben hätte. Deswegen trotzdem die Verwaltung ja bei den Ländern liegt. Was haben Sie noch für Vorschläge? Was können wir als Bund noch dazu beitragen, die Antragstellung digitaler und einfacher zu machen? Ja, vielen Dank für die Frage. Also es ist ja aktuell so, dass die Antragstellung digital läuft, also ob jetzt ohne Schriftformerfordernis oder mit. Allerdings ist es so, da kennt sich der Herr Anbuhl besser aus, dass ja die Bürokratie nicht voll digitalisiert ist. Also es ist so, dass ja in den BAföG-Ämptern die entsprechenden Anträge nicht mit einer E-Akte funktionieren, sondern ausgedruckt werden und abgeheftet werden. Also all das sind Punkte, ob E-Akte oder dass man mit einer E-ID das Ganze beantragen kann. Das sind alles Sachen, die man angehen könnte, wo man vielleicht auch evaluieren müsste, wie ist denn die E-ID unter den Studenten überhaupt da? Bei einer Beantragung vom Personalausweis kriegt man die E-ID mittlerweile einfach mit. Also das wären Vorschläge, wie man das auch erleichtern könnte und auch wie man Betrugsfällen vorbeugen könnte. Vielen Dank. Vielen Dank. Meine zweite Frage geht in Richtung der Kampagne, die wir ja auch planen, die wir gerne machen wollen. Da würde mich interessieren, vor allem von den beiden Studierendenvertreterinnen, Frau Grotha und Frau Bauernfeind, was wäre Ihnen daran wichtig und gerne auch an Frau Urbatsch, weil ich denke, Sie sprechen auch für diejenigen, die wir gerade mit dem BAföG erreichen wollen. Okay, als nächstes als erst Frau Bauernfeind. Ich hätte jetzt der Kollege in den Vortritt gelassen. Alphabetische Reihenfolge hatten wir festgelegt. Okay, okay. Ja, ja, alles kein Problem. Also die gerade bzw. vorhin angesprochenen Punkte einer Kampagne, eben um Angst vor, um Ängste zu nehmen, um praktisch Vorurteilen vorzubeugen, Thema Angst vor Verschuldung, ich hatte es angesprochen, dass eben das BAföG sehr wohl flexibel sein kann, beziehungsweise welche Gelder einem Studenten zustehen, all diese Fragen gezielt angehen und zwar schon am besten vor dem ersten Semester, vor dem Studienstart vollumfänglich informieren, gerne auch schon bei sowas wie Berufsmessen und Studienbasaren, die in vielen Bundesländern in der Schule bereits stattfinden. Danke schön. Frau Grote. Auch ich würde mich da anschließen, dass eine solche Kampagne im Studium bereits viel zu spät angesiedelt ist. Die muss viel früher starten. Sie muss schon mit Schülerinnen und Schülern starten, um eben die Verschuldungsängste, die einfach konkret da sind, abzubauen, solange eben leider der Verschuldungszwang noch besteht. Dieser sollte ohnehin abgebaut werden. Wir haben nach der Einführung des Teildarlehens gesehen, dass ein Einbruch der BezieherInnenzahlen um fast die Hälfte zu verzeichnen war damals. Deswegen ist es auch so wichtig, dass die Konditionen sich auch ändern. Denn nur dann kann auch eine solche Imagekampagne wirklich Wirkung zeigen. Danke. Frau Urbatsch. Aus meiner Sicht muss insbesondere kommuniziert werden, was das genau bedeutet. Auch die ganzen Reformaspekte, wie zum Beispiel Erhöhung auf 45 Jahre, das muss man ganz konkret kommunizieren, damit es auch bei der Zielgruppe ankommt. Also ich glaube, so abstrakte Kampagnen bringen nicht so viel, sondern was bedeutet das konkret? Wie hoch ist das BAföG? Wie funktioniert das genau? Was verbessert sich jetzt wirklich? Zum Beispiel auch mit den Freibeträgen. Was heißt das für mich? Das können viele gar nicht einordnen. Noch Fragen? Meine dritte Frage. Ich würde mich interessieren dafür, das Thema Angst vor Schulden wurde jetzt mehrfach angesprochen. Das ist natürlich ein Problem, was ich sehe. Andererseits ist es eben auch eine Leistung, die hier bereitgestellt wird. In der jetzigen Reform haben wir auch den Restschuldenerlass vereinfacht und noch mal stärker kommuniziert. Wie bewerten Sie das vor dem Hintergrund dieser Ängste? Die Frage geht an Frau Urbatsch. Das finde ich einen sehr guten Schritt. Aber ich glaube, auch da ist die Herausforderung, das zu kommunizieren, weil beim letzten Mal war ja auch schon etwas Ähnliches geplant und umgesetzt. Und das haben viele gar nicht mitbekommen. Und ich glaube, das muss man wirklich konkret kommunizieren. Wir werden das über unseren ganzen Verteiler schicken. Vielen Dank. Ich glaube, das reicht jetzt nicht für eine weitere Frage. Deswegen machen wir das in der zweiten Runde. Danke sehr. Vielen Dank. Dann rufe ich jetzt auf für die AfD-Bundestagsfraktion Dr. Götz Frömming. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Schönen guten Morgen. Sehr geehrte Damen und Herren auch von unserer Seite. Meine Frage wird sich gleich an Frau Dr. Rohner vom BDA richten. Vorweg noch eine kurze Bemerkung. Es ist mehrfach dargestellt worden, dass die Situation der Studenten schwierig sei, aufgrund der fehlenden BAföG-Leistungen. Und in der Tat ist auch der Bezug des BAföG zurückgegangen. Gleichzeitig müssen wir aber doch konstatieren, dass die Zahl der Studenten nicht zurückgegangen ist und alleine in den zehn letzten Jahren von zwei Millionen auf drei Millionen angestiegen ist. Also hier wäre in der Tat mal eine Evaluation ganz interessant. Denn ganz so schlimm scheint das Studentenleben dann ja doch nicht zu sein heutzutage, wenn so viele Menschen, was erfreulich ist, sich nach wie vor für ein Studium entscheiden. Ganz kurz zu unserer Position. Wir meinen auch, BAföG ist eine Sozialleistung und soll kein Grundeinkommen für Studenten werden. Das würde nämlich auch bedeuten, dass die Förderung für den Einzelnen, der wirklich bedürftig ist, nicht hoch genug wäre. Wir teilen den Ansatz, dass der Regelsatz erhöht werden muss, bei denen die tatsächlich BAföG brauchen. Wir sprechen uns ferner auch dafür aus, Zuschuss und Kredit zu entkoppeln, sodass es möglich wäre, ohne Verschuldung sich beispielsweise nur für den Zuschuss zu entscheiden und so ohne Schulden dann in das Berufsleben zu starten. Des Weiteren schlagen wir vor, das war heute noch gar kein Gesprächsgegenstand, dass die Leistungskomponenten, also Erlass des Kredites bei entsprechenden sehr guten Studienleistungen, die sollten unserer Meinung nach noch ausgewertet werden. Die Frage jetzt an Frau Dr. Rohner. Sie haben sich auch beschäftigt mit den möglichen Auswirkungen dieser Reform und der vielleicht noch folgenden weiteren Reformen, wenn die in die gleiche Richtung sich bewegen. Welche Auswirkungen erwarten Sie für die berufliche Bildung und das Handwerk, wenn diese Reform so wie vorgelegt umgesetzt würde, beziehungsweise wenn die Entwicklung in dieser Richtung weiterginge? Frau Rohner. Ich finde es hier wichtig, die berufliche Bildung und die hochschulische Bildung nicht gegeneinander auszuspielen. Es ist Aufgabe des Staates, über ein Unterstützungssystem diejenigen zu erreichen, ob die jetzt in die berufliche Bildung gehen über BAP oder in die hochschulische Bildung gehen über BAföG zu unterstützen und Fördermöglichkeiten in beiden Bereichen transparent zu machen und stark zu kommunizieren. Weitere Fragen, Herr Frömming? Ja, noch eine Nachfrage. Die bezieht sich jetzt ebenfalls auf die, in diesem Fall auf die schriftliche Stellungnahme des BDA. Dort finden wir eine Ausführung zu den Freibeträgen. Sie kritisieren die Erhöhung des bisherigen Vermögensfreibetrags von 8.200 Euro auf 45.000 Euro und äußern sich dann auch noch mal zu dem Vergleich mit dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz. Vielleicht könnten Sie das noch mal kurz erläutern, was Sie damit meinen oder warum an dieser Stelle aus Ihrer Sicht der Vergleich hier nicht ganz zutreffend sei. Frau Dr. Rohner. In der Tat wird im Referentenentwurf bei der Erhöhung des Vermögensfreibetrags von aktuell 8.200 auf 45.000 Euro damit argumentiert, hier sich am AFBG, am Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz orientieren zu wollen. Zwischen BAföG und AFBG gibt es grundlegende Unterschiede. Das BAföG ist eine Sozialleistung, soll sich an bedürftige Schülerinnen, Schüler, Studieninteressierte wenden. Das AFBG wiederum ist ein Anreizsystem für die berufliche Aufstiegsfortbildung. Wir haben hier ganz unterschiedliche Zielgruppen und wir finden das sehr wichtig, das mit zu berücksichtigen, wenn man an das eine oder das andere Gesetz rangeht. Die Unterschiede sind hier weit größer. Noch Fragen? Danke schön. Keine Fragen. Okay, dann rufe ich auf für die Linksfraktion Nicole Gohlke. Vielen Dank. Einen ganz herzlichen Dank auch von unserer Seite an die Sachverständigen für die sehr hilfreichen Stellungnahmen und Ausführungen. Ich denke, bis hierhin kann man bilanzieren, dass die geplanten Anpassungen noch sehr punktuell und zu wenig struktureller Natur sind, zu wenig individuelle Lebenslagen und auch das lebenslange Lernen berücksichtigen und vor allem aber zu wenig die realen Bedarfe widerspiegeln. Meine ersten beiden Fragen gehen an die Vertreterin des FZS. Ich würde die nacheinander auch stellen. Sie haben in Ihrer Stellungnahme die letzte Bildungsministerin zitiert, die gesagt hat, man müsse auch nicht in den teuersten Städten studieren. Man könne sich das ja aussuchen. Abgesehen davon, dass wir natürlich finden, dass die Wahl des Studienstandortes, den man sich ja auch nicht nur selber aussucht, dass das natürlich keine soziale Frage sein darf. Wie bewerten Sie denn die Situation außerhalb der größeren und sogenannten teureren und als exzellent geltenden Studienstandorte? Also würden die neuen Beträge zum Beispiel ausreichen, um beispielsweise in Mannheim studieren zu können? Und wie bewerten Sie dann sozusagen die geplanten Anpassungen mit Blick auf die Chancengleichheit der Studierenden? Frau Grote. Vielen Dank. Ich glaube, dieser Satz der ehemaligen Bundesbildungsministerin wird vielen Studierenden noch lange im Kopf nachheilen. Denn damit hat sie im Grunde der freien Studienplatzwahl eine Absage erteilt. Und auch die jetzt geplante Erhöhung macht diese freie Studienplatzwahl noch immer nicht möglich. Selbst wenn wir in Städte gucken wie Mannheim, die vielleicht auf den ersten Blick weniger attraktiv wirken, dann ist es immer noch so, dass die Wohnkostenpauschale, die jetzt auf 360 Euro angehoben wird, schlicht nicht ausreicht. Also wir reden da schon für WG-Zimmer von Preisen von 300 Euro ohne Nebenkosten wie Strom, Gas, Internet etc., was ja gerade auch sehr doll im Preis steigt. Und dementsprechend sind diese Sätze selbst in den günstigeren Städten immer noch realitätsfern. Weitere Fragen der Linksfraktion? Ja, vielen Dank. Meine zweite Frage bezieht sich auf eine Anfrage der Unionsfraktion, eine kleine Anfrage an die Bundesregierung. Die hatten die im März gestellt. Und ich fand, da gab es eine bemerkenswerte Antwort drauf, nämlich, dass sich aus der geplanten Anhebung der Elternfreibeträge der BAföG-Empfängerinnenkreis in den kommenden Jahren nur sozusagen um 1,29 Prozent erweitern würde. Das war sozusagen die Statistik, die da nach einer Modellrechnung des Fraunhofer-Institutes ausgegeben wurde. Wie steht denn diese sehr ernüchternde Zahl eigentlich sozusagen mit dem Ansinnen, dass das BAföG wieder verstärkt die untere Mittelschicht erreichen soll? Und diesbezüglich würde mich natürlich auch die Haltung der Bundesregierung dann vielleicht noch mal interessieren. Frau Grotha und dann Herr Brandenburg. Ja, diese Steigerung der Geförderten ist einfach absolut unzureichend. Wir sehen eben, dass viele Studierende finanzielle Probleme haben. Gestern kam gerade erst die Studie des Paritätischen Verbandes, die eben gezeigt hat, dass 30 Prozent, also ein Drittel aller Studierenden in Armut leben. Viele davon beziehen kein BAföG, sie würden es dringend benötigen. Und so viele mehr werden auch mit den Erhöhungen der Elternfreibeträge noch immer vergessen, weil sie eben genau in eine Lücke, die immer noch in der unteren Mittelschicht besteht, reinfallen und dadurch keinen Anspruch haben. Das muss sich ändern. Auch deswegen noch mal der dringende Appell, die Bedarfssätze an Realitäten anzupassen und die Erhöhungen noch mal zu überdenken. Danke, Frau Sachverständige. Jetzt ist Herr Brandenburg angesprochen, der natürlich auch Sachverständig ist, aber als Staatssekretär spricht. In anderer Rolle, anderer Funktion. Ja, vielen Dank. Also die konkrete Zahl konnte ich jetzt auf die Stelle nicht nachvollziehen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass insbesondere, da die Reform ja zum Wintersemester in Kraft tritt und nicht rückwirkend zum Januar, natürlich im laufenden Jahr 2022 der Anstieg mit schätzungsweise 14.000 Empfängerinnen und Empfänger deutlich kleiner sein wird, als das natürlich im folgenden Jahr mit Größenordnung 47.000 der Fall sein wird. Das wäre da zu berücksichtigen. Ja, hier ist jetzt mit der Uhr was schiefgegangen. Gefühlt hatte Frau Gohlke jetzt noch 30 bis 45 Sekunden. Also gerne noch eine Nachfrage. Und die Uhr wird erst auf Null gedreht oder fünf Minuten, wenn alle Fragen durch sind. Ja, ich hätte dann tatsächlich noch eine Frage an Herrn Anbuhl. Ich würde nämlich gerne noch mal den Blick auf die Geringverdienenden richten. Weil ja für diese Gruppe schon auch noch mal neue Hürden entstehen. Die Minijobs bleiben anrechnungsfrei, statt 520 Euro sozusagen hoch auf 546 Euro. Aber dann gibt es das Problem mit der Familienversicherung, dass man dann sozusagen da eigentlich bei über 520 Euro dann wieder sich selbst versichern muss mit einer Beitragshöhe von 94 bis 100 Euro monatlich. Könnten Sie dazu vielleicht noch mal was sagen? Ich glaube, das hatten Sie ja selber auch in Ihrer Stellungnahme noch mal stark gemacht, diesen Aspekt. Mit der Bittung kurze Antwort, Herr Anbuhl. Kurze Antwort. Ich wollte einen Satz noch sagen zur Frage vorweg. Wir haben ja auch 40 Prozent der Studierenden, die noch nicht ins BAföG fallen vor einer Einkommensprüfung, weil sie zu alt sind, weil sie zu lange studieren und ähnliches. Das heißt, wenn man eine Trendumkehr schaffen will, ist es wichtig, dass man nicht nur auf die Finanzen schaut, sondern auch diese strukturelle Reform sich mit anschaut. Ich glaube, das ist noch mal ein wichtiger Punkt. Man kann nicht nur auf die älterfreien Beträge schauen. Man muss auch auf die strukturellen Reformen schauen. Deswegen ist die zweite Reform auch so wichtig in diesem Bereich. Und jetzt hatte ich wieder davor die Frage zur Familienversicherung. Jetzt ist die Zeit aber auch rum. Dann mache ich Sie ganz kurz beim nächsten Mal. Sie können dann in der nächsten Runde noch mal aufgerufen werden. Okay, ganz herzlichen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Nachfragerunde für die SPD-Fraktion. Frau Rosenthal. Ja, auch von mir noch mal vielen Dank für die Ausführungen. Ich habe wenige Nachfragen. Das eine ist noch mal das Thema auch an den FZS der Verschuldung. Wir als SPD wollen auf jeden Fall den Darlehensanteil senken. Und deshalb würde mich noch mal interessieren, aus der Perspektive der Studierenden, was macht diese Angst vor der Verschuldung, von der, glaube ich, Sie auch gesprochen haben? Was sind das genau für Faktoren, die da vielleicht auch für die Studierenden eine Rolle spielen? Und ich hätte dann auch an Frau Bolenius noch eine Frage. Sie haben zu Recht ja auch davon gesprochen, dass das Schülerinnen-Bafög in der kommenden Novelle, die wir sicherlich uns auch vorgenommen haben, eine Rolle spielen sollte. In welcher Hinsicht ist das für Sie ein entscheidender Faktor? Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass wir vor großen Herausforderungen stehen, was auch die Arbeitswelt insgesamt angeht und auch die Frage der Weiterbildung sicherlich eine große Rolle spielt und auch, dass Schülerinnen-Bafög in diesem Punkt vielleicht eine Rolle spielen mag. Vielleicht können Sie dazu auch noch was sagen. Dankeschön. Frau Bolenius. Ja, vielen Dank. Uns geht es dabei insbesondere um die Schülerinnen, die ab der 10. Klasse im allgemeinbildenden, aber auch im vollschulischen System sind und die noch zu Hause wohnen. Das ist ja die Zielgruppe, die in den 80er-Jahren rausgefallen ist aus der Förderung. Und unter Chancengleichheits- oder Chancengleichheitsgerechtigkeitspunkten ist das ein großes Problem, eben weil nicht alle Familien sind in der Lage, die Kinder bis zum Abitur zu finanzieren und dann möglicherweise noch für ein anschließendes Studium. Von daher halten wir das tatsächlich für einen sehr drängenden Punkt. Und der ist auch drängend zur Absicherung der Freiheit der Berufswahl, weil wenn Sie mal genau gucken, immer mehr Berufsausbildung auch, setzen die Hochschulreife voraus, mindestens die Fachhochschulreife. Und wenn die Eltern nicht finanziell in die Lage versetzt werden, den Kindern das auch zu ermöglichen, dann findet da eine ganz frühe Selektion statt, die ich hochproblematisch finde und die könnte durch das BAföG, es wäre ja eine elternabhängige Leistung, aufgefangen werden. Danke. Danke. Frau Grotha, FZS. Sie hatten ja die Frage gestellt nach den Ängsten, die mit einer solchen Verschuldung einhergehen. Und da geht es eben vor allem auch um die Frage, kann ich das überhaupt irgendwann zurückzahlen? Gerade wenn ich aus einer ArbeiterInnenfamilie komme, dann kenne ich aus meinem persönlichen Umfeld meistens nicht die Situation, erst mal in mein berufliches Leben zu starten mit einem erheblichen Berg an Schulden. Ganz egal, wie gut die Abzahlungsmodalitäten sein mögen. Und diese Angst ist einfach schwer zu nehmen, weil sie eine sehr abstrakte Angst ist. Es geht um die Angst, finde ich überhaupt einen Job, mit dem ich das zurückzahlen kann? Denn wenn meine Eltern eine Ausbildung gemacht haben, dann ist ein Studienabschluss etwas deutlich Abstrakteres, das deutlich weniger einen klaren beruflichen Weg voraussetzt und dadurch natürlich auch viel mehr Unsicherheit bedeutet. Danke an DGB und FZS. Ich rufe jetzt auf für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion Herrn Jatzombeck. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde gerne als erstes noch mal mit dem Thema der Digitalisierung beginnen. Ich würde da Frau Dr. Hohner ansprechen, aber auch Herrn Anguhl, weil Sie das beide ja auch schon thematisiert haben. Wir haben in der letzten Wahlperiode ja den Beantragungsprozess digitalisiert mit einem Assistenten. Wir sehen jetzt der Wegfall des Schriftformerfordernisses. Dazu hat die Sachverständige Bauernfeind ja schon ausgeführt, dass das heute mit EID auch ginge. Ich glaube, das ist jetzt nicht der Sprung, sondern die Frage, sind die Prozesse dahinter? Und aus unserer Sicht wäre es doch jetzt notwendig, dass beispielsweise auf Daten der Finanzverwaltung zurückgegriffen werden kann, in einem automatisierten Verfahren, damit hier nicht mehr fotokopiert werden muss und damit hier nicht mehr aufwendige Bearbeitungszeit einhergeht. Dafür ist ja auch entsprechende Gesetzgebung in der letzten Periode passiert. Würde mich mal interessieren, wie Ihr Blick darauf ist und speziell auch an Herrn Anguhl. Und vielleicht können Sie uns auch ein bisschen aus der Praxis berichten über die Dauer der Verfahren, die wir heute haben. Denn die müssen sicherlich reduziert werden. Vielen herzlichen Dank für diese Frage. Danke ich erst an, wohl, aber ist okay. Frau Rohner. Ich will mich hier nicht vordrängen. Sie sprechen die Prozesse hinter der Beantragung an. Ich würde gerne einen Blick werfen auf die Prozesse der Beantragung. Tatsächlich habe ich mir auch selber mal den Spaß erlaubt, all die Dinge auszudrucken, die notwendig sind für einen BAföG-Antrag. Und das ist immens. Das heißt, was muss das Ziel sein? Ich als BAföG-Interessierte möchte gerne wissen, wo kann ich einen Antrag stellen? Online. Das finden. Schon vor dem ich dieses Formular ausfülle, wissen, was braucht es gleich? Was muss ich bereitlegen, um dann schnell und zügig durch den Prozess zu kommen? Während ich das ausfülle, dieses Formular, möchte ich eine Plausibilitätsprüfung bereits haben. Ich möchte erfahren, so und so ist die Prognose, so viel Geld kann ich erfahren. Und ich möchte als BAföG-Beantragerin sicher sein, innerhalb von drei Wochen habe ich diesen Bescheid. Also da sind wir ganz bei Arbeiterkind. Das muss viel transparenter sein und viel, viel schneller. Und offen gesagt muss sich jede BAföG-Novellierung, die sich die Digitalisierung auf die Fahnen schreibt, genau an dieser Zielsetzung auch messen lassen. Das muss das Ziel sein. Vielen Dank. Herr Anbohl. Eine genaue Durchschnittszahl kann ich nicht sagen für dies. Das hängt, wir haben einfach eine föderale Struktur in den BAföG-Ländern. Wir sind in 15 Bundesländern fürs BAföG zuständig als Studenten- und Studierendenwerk. Und da ist eben die Frage, wie ist letzten Endes auch das BAföG-Amt ausgestattet? Wie viele Bearbeiterinnen gibt es dort in dem Bereich? Sodass ich Ihnen jetzt keine Zahl sagen kann, Pi mal Daumen, das ist jetzt die Zahl, die einen Antrag braucht. In der Tat brauchen wir sehr viel, um das zu vereinfachen. Wir haben es eigentlich bei der Überbrückungshilfe für Studierende, die in der Pandemie in Not geraten sind, eigentlich leisten können. Da haben wir es nämlich geschafft, innerhalb von fünf Wochen ein Online-Tool aufzubauen, das bundesweit zentral ist, die Leute in Studierendenwerk an das Zuständige weiterleitet und völlig elektronisch gelaufen ist. Also das kriegt man sicherlich hin. Und wir haben es jetzt hier beim Fachverfahren mit unterschiedlichen Softwareunternehmen zu tun, auf Landesebene drei unterschiedlichen Softwareunternehmen. Das ist eben nicht ganz trivial und nicht ganz einfach. Und die Frage ist eben dort auch, was muss aufgeprüft werden an Nachweisen? Das hatte eben auch Frau Tippe gesagt. In dem Moment, wo ich die Zahl der Nachweise verschlanke, kann ich eben auch das Verfahren verschlanken. Sie sind schon 35 Sekunden drüber. Dann kann BDA und DSW. Als nächstes Frau Kraft, Berichterstatterin für Bündnis 90 Die Grünen. Ja, danke. Sowohl das Deutsche Studierendenwerk kritisiert, als auch der DGB war es, glaube ich, dass die mittleren Einkommen mit dem BAföG nicht mehr erreicht werden. Also auch untere Mittelschicht, beziehungsweise eben die mittleren Einkommen. Und ja, meine Frage wäre dabei an Herrn Anbohl, aber auch an, Moment, jetzt muss ich kurz nachgucken, Frau Bolenius, aber vielleicht auch an Frau Grotha, ja, wie man das nochmal verändern könnte und ob die Öffnung, die Erweiterung von Elternunabhängigkeit im BAföG da nochmal einen Beitrag leisten könnte und wenn ja, inwiefern? Danke. Vielen Dank. Herr Anbohl. Ja, also man braucht dafür Reformen finanzieller und struktureller Art. Finanzieller Art ist es so, dass dieser Schritt der Anhebung der Elternfreibeträge einfach wichtig ist dabei, dass man es frühzeitig hat. Man braucht aber auch strukturelle Reformen daneben, die das eben vereinfachen, dass man ins BAföG kommt. Fragen der Regelstudienzeit, Fragen des Fachrichtungswechsels, die sind einfach wichtig dabei, dass man mehr Leute ins BAföG bekommt. Deswegen würde ich sagen, alle Reformen sind wichtig, die Sie jetzt vorhaben, die Sie vorgelegt haben. Die finanzielle, die strukturelle Art und auch der Kindergarantiebetrag kann da einen Beitrag leisten. Danke. Frau Bolenius, DGB. Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass die Erhöhung um 20 Prozent hier schon tatsächlich jetzt ein sehr guter Schritt sein wird. Wichtig ist, das möglichst schnell abzuprüfen, also zu evaluieren, ob es tatsächlich so ist, dass mit der Erhöhung jetzt die Armutsgrenze verlassen wird, wenn man BAföG-Höchstsatz für seine Kinder bekommt. Momentan ist man nämlich an der Armutsgrenze. Erst dann bekommt man BAföG-Höchstsatz oder die Kinder. Und das muss sich dringend ändern. Ich glaube, 20 Prozent sind da ein guter Schritt. Nächste Evaluierung abwarten und dranbleiben. Also diese Frage regelmäßiger Anpassung wird da ganz essentiell sein. Sonst sind wir in kürzester Zeit wieder genau an der gleichen Stelle wie jetzt, gerade bei der Inflation im Moment. Also darauf wird es ganz entscheidend ankommen. Und was die Ausweitung der Elternunabhängigen Förderung angeht, ist es eben zum einen dieser Punkt, der ja auch im Koalitionsvertrag angedacht ist, der Einstieg über den ersten Sockel. Das wäre so ein Schritt. Und zum anderen denken wir dabei aber auch an Menschen, die zum Beispiel schon eigene Kinder haben, die rauszunehmen aus der Situation, dass obwohl sie eigene Kinder haben, sie noch mal ihre Eltern fragen müssen, ob sie jetzt ihr Studium finanzieren. Die sollten eigentlich auch ähnlich wie Studierende auf dem zweiten Bildungsweg raus aus der Elternabhängigkeit. Dankeschön. Frau Grotha, FZS. Ich kann mich meinen VorrednerInnen da nur anschließen. Alle diese Schritte sind wichtig. Ich möchte da aber gerade auch noch mal die Elternunabhängigkeit betonen. Denn im Gegensatz zu Frau Bauernfeind sehe ich das nicht als Widerspruch, das BAföG als Sozialleistung zu begreifen und es trotzdem elternunabhängig zu gestalten. Denn auch das würde zu mehr Gerechtigkeit führen. Und es gibt andere Wege, das auszugleichen, als zu sagen, die Leute, wo die Eltern zu viel verdienen, dürfen kein BAföG beziehen. Und wir haben auch immer noch das Problem, dass noch nicht alle Studierenden in Deutschland BAföG beziehen dürfen. Auch das muss sich ändern. Dankeschön. Für die FDP-Bundestagsfraktion, Ria Schröder. Vielen Dank. Meine Nachfrage bezieht sich noch mal auf das Thema Verschuldensangst. Und die Frage richtet sich an Frau Urbatsch und Frau Rohner. Wie bewerten Sie die Verankerung ökonomischer Bildung in den Schulen, um a das Wissen über Finanzierungsmöglichkeiten von Ausbildung und Studium zu verbessern, auch hinsichtlich des BAföG und b um Angst vor Krediten zu nehmen, vor dem Hintergrund späterer Verdienstmöglichkeiten? Vielen Dank, Frau Grothor. Sorry, ja, es ist ein bisschen lauter. Frau Rohner. Ja, bei der ökonomischen Bildung sehen wir durchaus noch nach Luft, nach oben. Wir engagieren uns hier auch selber als Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände über unser bundesweites Netzwerk Schule Wirtschaft. Ich denke, wichtig ist, dass im Rahmen nicht nur der ökonomischen Bildung, sondern auch der Studien- und Berufsberatung, die wir uns flächendeckend wünschen und gerade auch an Gymnasien mit Blick auf berufliche Bildung noch mal für uns verstärkt wünschen, auch über Finanzierungsmöglichkeiten und Unterstützungsmöglichkeiten stärker informiert werden sollte. Vielen Dank. Frau Urbatsch. Ich finde ökonomische Bildung begrüßenswert, aber ich glaube, es wird nichts an den Verschuldungsängsten ändern, weil diese Verschuldungsängste, das ist ein emotionales Thema, dem man auch emotional begegnen muss. Wir machen das in den Schulen mit Vorbildern. Man muss das Thema emotional ansprechen. Vorbilder zeigen, die sagen, ja, mir ging es auch so, ich hatte auch diese Verschuldungsängste, aber dann habe ich gemerkt, dass es so und so war und wie ich damit umgegangen bin. Das muss man anders adressieren und das kommt einfach aus dem eigenen Erfahrungshorizont, dass man vielleicht auch aus einer Familie kommt, wo man Verschuldung erlebt hat und wie negativ das ist oder aus einer Familie, die sagt, wir machen keine Schulden und die einfach das Studium nicht als Investition begreifen können. Frau Schröder, weitere Fragen? Eine Frage noch an Herrn Müller. Sie haben in Ihrem Statement auch davon gesprochen, die Altersgrenzen vollständig aufzuheben. Wir haben jetzt eine Erhöhung auf 45 Jahre. Da würde mich interessieren, ist das fiskalisch vertretbar, wenn man auch im Rentenalter, sage ich mal, noch BAföG beantragen könnte? Sie kriegen eine ganz kurze Antwort. Ja, wenn es nicht geschenktes Geld ist, weil wir reden ja bisher noch von dem Grundmodell des hälftigen Teilens, wobei das mit der Grenze von 10.000 Euro, 10.010 sind es ja genau, bei weit mich der Hälfte ist. Ja, ich bin dafür, dass die Altersgrenze weiter gefasst wird, wenn nicht sogar aufgehoben wird, aber mit anderen Anteilen. Je älter die Studierenden werden und gerade wenn es auch in fortgeschrittenen Phasen in Richtung Weiterbildung geht, kann man den zumuten, eben mehr zur Verschuldung, auch in Form der Verschuldung selber einen Anteil zu tragen. Ich sehe das ja nicht ganz so dramatisch mit der Verschuldung. Wir reden hier von einem Betrag, den man erklären kann bisher auch schon. Die 10.000 Euro sind natürlich eine Menge Geld, aber machbar. Wenn jemand im Beruf ist, kriegt er das hin über einen so langen Zeitraum mit so kulanten Rückzahlungsregelungen. Und diese Grenze könnte man deutlich aufheben, deutlich erhöhen nochmal für Menschen in fortgeschrittener Lebenssituation. Ich sehe es ein bisschen anders, wenn man natürlich über den zweiten Bildungsweg kommt oder nach einer Ausbildung noch studiert, da muss man irgendwie eine andere Lösung finden nochmal. Aber man kann es Elternsemestern durchaus zumuten, da auch einen höheren Eigenanteil zu tragen, also mit dem zinsgünstigen oder zinsfreien Kredit. Vielen Dank. Vielen Dank für die AfD-Bundestagsfraktion, Herr Frömming. Danke, Herr Vorsitzender. Ich würde gerne noch mal eine Nachfrage stellen an Frau Bauernfeind. Und zwar bewegt uns sehr das Thema, dass wir zwar jedes Jahr fast 500.000 rund Studienanfänger haben, aber im Verlauf des Studiums davon bis zu fast einem Drittel ihr Studium abbrechen. Da sind jetzt nicht die mit eingezählt, die also den Studiengang wechseln, sondern die die Universität ohne Abschluss dann verlassen. Das ist, denke ich, eine extrem hohe Zahl, die uns alle beunruhigen sollte. Und womit wir auf die Frage kommen, woran liegt das? Das wäre jetzt auch die Frage an Frau Bauernfeind. Aus ihrer persönlichen Einschätzung oder vielleicht aus ihren Erfahrungen heraus, was sie von ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen wissen, spielt hier vielleicht auch das BAföG eine Rolle? Sind es finanzielle Gründe, die dazu führen, dass Studenten ihr Studium abbrechen? Oder sind es doch eher andere Gründe wie gestiegene Anforderungen oder mangelnde Vorbereitungen durch das Abitur, durch die Schulen? Wie schätzen Sie diesen Komplex ein? Frau Bauernfeind, RZDS. Ja, vielen Dank. Ich möchte noch auf eine andere Sache angehen, die vorhin aus der AfD-Fraktion kam. Das Thema Studentenzahlen steigen, BAföG geht runter. Das ist quasi nicht der Fall, dass es auf einmal so und so viel Prozent aller Studenten sehr viel besser geht. Das ist der Konstellation des BAföGs geschuldet. Von daher möchte ich darauf hinweisen, dass hier kein Kausalzusammenhang besteht. Und es ist gut, dass wir viele Menschen in Deutschland haben, die Lust haben, ein Studium aufzunehmen und dieses auch können, was unter anderem auch am BAföG liegt. So viel zu dem Thema. Jetzt zu Ihrer Frage. Es gibt ganz unterschiedliche Gründe. Sicher gibt es da auch Erhebungen dazu, weshalb Leute Studiengänge abbrechen. Ich möchte darauf hinweisen, dass es auch schön ist, wenn sich jemand nach vielleicht zwei Semestern dazu dann doch entscheidet, eine Berufsausbildung beispielsweise zu machen. Was aber fehlt und was auch bei den Studienabbrechern durchaus ein Problem ist, beziehungsweise bei dieser großen und hohen Quote, ist das Thema Informationen über Berufsausbildungen und Studiengänge. Das wurde hier auch von den anderen Sachverständigen bereits abgeschlossen, angesprochen. Wir müssen es schaffen, dass an allen Schulen, egal welche Schule, Gymnasium, Mittelschulen, Realschulen etc., es eine umfassende Werbung für Berufsausbildung und Studiengänge gleichermaßen gibt, eine Finanzierung, alle Möglichkeiten, die es gibt in Deutschland, damit wir solchen Quoten entgegenwirken können. Danke. Danke schön. Frau Gohlke für die Linksfraktion. Danke schön. Ich würde gerne eine Frage an Frau Bolinius vom DGB stellen und dann nochmal vielleicht versuchen, dass Herr Anwohl auf meine erste Frage antworten kann. Zuerst an Frau Bolinius. Begrüßenswert an der Novelle ist ja auf jeden Fall die Anhebung der Altersgrenzen im Sinne lebenslangen Lernens und einer diverseren Studierendenschaft. Gleichzeitig wird aber an der Regelschulienzeit und auch am Leistungsnachweis nach dem vierten Semester festgehalten. Und das ist ja doch ein gewisser Widerspruch, denn gerade Personen, die jetzt zum Beispiel fürsorgepflichtig sind und davon ist ja jetzt zum Beispiel bei 30 bis 45-Jährigen eher auszugehen, haben natürlich begrenztere zeitliche Kapazitäten. Meine Frage wäre, sehen Sie diesen Widerspruch auch und sozusagen, dass das BAföG insgesamt eher etwas jugendpolitisch oder einem jugendpolitischen Grundgedanken eigentlich verhaftet bleibt? Frau Bolinius. Vielen Dank. Gute Frage. Ich glaube, dass sich an der Grundausrichtung des BAföG durch die Öffnung oder die Erhöhung der Altersgrenze leider gar nichts ändert, weil § 7 nicht mitgeändert wird. Das heißt, die Rahmenbedingungen im BAföG bleiben eigentlich gleich. Es wird gefördert, ein erster Abschluss, beruflicher bis zum hochschulischen oder gleichgestellten Abschluss, daran ändert sich überhaupt nichts. Was aber jetzt möglich wird und das ist das, was wir ausdrücklich begrüßen, ist, dass Menschen, die auf Umwegen, aus welchen Gründen auch immer, familiäre Gründe, vielleicht eine Familienpause oder was auch immer, erst später dazu kommen, dass sie zurück wollen ins geordnete, strukturierte Bildungssystem, dass die jetzt die Möglichkeit haben, durch die Erhöhung der Altersgrenze, das auch wirklich zu machen, das auch zu realisieren und da eine Finanzierung für zu bekommen. Es bekommt dadurch niemand mehr. Also diese Sorge, dass das jetzt hier ein Einstieg in die Weiterbildung wäre oder so, die können wir leider nicht teilen. Wir hätten das begrüßt. Das wird damit aber gar nicht eingelöst. Und die Abschaffung der Leistungsnachweise, das würde ich auch sagen, das wäre eigentlich folgerichtig, auch wenn das nicht unbedingt jetzt mit der Altersgrenze zu tun hat. Aber das ist ein Überbleibsel aus dem Vor-Bologna-System. Es ist eine bürokratische Hürde, die immer wieder Studienabbrüche nach sich zieht. Das kann wirklich weg, dieser Zopf. Das ist überflüssig. Das wäre auch wirklich ein Beitrag zur Entbürokratisierung, der nichts kostet. Und Förderungshöchstdauer habe ich vorhin schon angesprochen. Und dann lasse ich Herrn Anbohl noch ganz kurz Zeit. Er erinnert sich sicherlich noch an die Frage. Herr Anbohl. Ihr habt die Frage antizipiert aus der ersten Runde. Das war die Frage der Minijobs unter Anrechnung der Familienversicherung Komplex. Wir haben festgestellt in der Stellungnahme zum Referentenentwurf, dass, wenn man den BAföG-Freibetrag, die angehobene Arbeitnehmer-Sozialpauschale und die rückwirkend angehobenen steuerlichen Arbeitnehmerpauschalbetrag, die Werbungskosten zusammenrechnet, aus BAföG eben nicht mehr nur 520 Euro anrechnungsfrei bleiben, sondern 546,41 Euro. Das führt dazu, dass die Studierenden oder die Leute die Minijob-Grenze überschreiten. Und wenn sie unter 25 Jahre sind, nicht mehr mit Familienversichert werden können. Und das ist ein Problem, weil zusätzliche Kosten auf sie hinzukommen. Darauf haben wir hingewiesen. Und das wollte Frau Gohlke, glaube ich, noch mal ansprechen. Hier ist es wichtig, das zu harmonisieren. Und wir sind auch der Meinung, klar, 61 Prozent der Studierenden jobben nebenbei. Aber wir müssen auch aufpassen, dass der Nebenjob nicht eigentlich zum Hauptjob wird. Insofern ist da auch bei der Grenze drauf zu achten. Vielen Dank, Frau Seitzel für die SPD-Fraktion. Vielen Dank. Ich habe zwei Fragen an Frau Bolinius. Zum Ersten noch mal zu der, was Sie gerade gesagt haben, zu der Altersgrenze von 45 Jahren. Und die Frage, wie das dann auch mit dem generellen Entwicklung, was Bildung angeht, über den Lebenslauf hinaus aussieht. Da würde mich mal interessieren, wie man das denn gestalten müsste, im BAföG oder auch über das BAföG hinaus, da eine ausreichende Finanzierung von Aus- und Weiterbildung über Lebensläufe hinaus. Das ist jetzt eine sehr breite Frage. Vielleicht könnten Sie da ein paar Gedanken teilen. Und dann wollte ich noch mal ganz konkret fragen. Dadurch, dass wir die Freibeträge um 20 % erhöhen, verschieben sich ja auch sozusagen die Bedarfssätze für die einzelnen Studierenden, weil man sozusagen weiter nach oben geschoben wird. Es gibt ja dann so eine Entwicklung nach oben. Und da wäre meine Frage, wie Sie denn angesichts der aktuellen Diskussion über die Bedarfssätze diese Entwicklung bewerten? Frau Bolenius, DGB. Vielen Dank. Ich fange mal mit der letzten an. Die Steigerung der Freibeträge. Ja, na klar. Dadurch, dass mehr Elterneinkommen anrechnungsfrei bleibt, wird für viele Geförderte der Bedarfssatz, den sie bekommen können, dadurch steigen. Das begrüßen wir grundsätzlich. Das ist eine gute Folge, gerade angesichts der steigenden Lebenshaltungs- und Ausbildungskosten im Moment. Aber es reicht eben nicht aus. Dazu hatte ich ja vorhin schon ausgeführt. Ich glaube, das reicht erst mal. Also wir brauchen einfach eine deutliche Erhöhung der Bedarfssätze. Und was die Altersgrenze angeht, im Koalitionsvertrag ist ja schon angelegt, dass Sie sich auch angucken wollen, wie die Lücken zum AFBG geschlossen werden können. Also Förderlücken, die es noch zwischen diesen verschiedenen Instrumenten gibt. Wir haben das Weiterbildungs-BAföG mit drin, verschiedene andere Instrumente im Bereich der Weiterbildungsförderung. All das stellt ja dann so ein bisschen die Frage nach sich, okay, wie sieht denn jetzt eigentlich die Gesamtsystematik zur Finanzierung von lebenslangem Lernen aus? Und wie grenzen sich diese ganzen Instrumente gegeneinander ab? Wir haben in unserem Reformkonzept seitens des DGB einen Vorschlag gemacht, wie man es im BAföG abbilden könnte. Der bezieht sich jetzt erst mal nur aufs BAföG, was das Thema Weiterbildungsstudium, Zweitstudium und solche Fragen angeht. Also wie man das ausgestalten könnte, einigermaßen sozial gerecht, sodass es auch zu vertreten ist, warum man das so macht. Und was es eigentlich bräuchte, wäre eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe, weil wir sind da immer an der Schnittstelle, auch zu SGB-Fragen etc., die sich das mal noch mal genauer anguckt und die Sozialpartner beide mit dazu holt und das noch mal genauer anguckt, weil das ist keine banale Frage. Die kann ich jetzt hier nicht in drei Minuten beantworten, aber wir bräuchten dringend eine Zeitplanung und Schritte, wie das jetzt angegangen werden kann und wirklich ressortübergreifend, glaube ich. Sonst kommt man da nicht weiter. Wir sind schon lange dran an dem Thema und das ist wirklich komplex. Vielen Dank. Dann Unionsfraktion mit Frau Dr. Grütte. Ich habe eine Frage an das BMBF und zwar haben wir ja vor einigen Jahren den Anteil der Stipendiaten bei den Begabtenförderungswerken erheblich erhöht, relativ gesehen zur Gesamtzahl der Studierenden. Da ist ja mal vor einigen Jahren fast das Fünffache ins System geflossen. Und diejenigen, die dort gefördert werden, bekommen den BAföG-Satz ja nicht als Darlehen, sondern als Geschenk. Deshalb finde ich es wichtig zu wissen, ob sie auch planen, diesen Anteil mittelfristig oder kurzfristig noch mal zu unterstützen und zu erhöhen. Das würde ja auch eine Entlastung im Gesamtsystem bei den Studierenden bringen. Und eine zweite Frage habe ich noch an die Frau Tippe, nämlich ich höre hier immer Regelstudienzeit plus zwei Semester. Glauben Sie nicht, man muss an diesem Regelstudienzeitsystem insgesamt noch mal wieder etwas nachjustieren vielleicht? Dann bräuchte man nicht sagen Regelstudienzeit plus zwei Semester, sondern wäre die Regelstudienzeit vielleicht ad equata den Lebensumständen. Frau Tippe. Ja, dann zum Thema Regelstudienzeit. Ja, das ist eine spannende Frage. In der Tat ist so ein bisschen durch diese Umstellung, insbesondere von Diplom auf Bachelor, Master ist es ja noch besonders zum Tragen gekommen. Und wir merken ja, dass dieses, sage ich mal, standardmäßig sechs Semester Bachelor nicht so wirklich funktionieren. Ich möchte vorausschicken, dass natürlich das ganze System im Moment auch darauf basiert. Also auch der Zukunftsvertrag. Ich kam gerade Regelstudienzeit plus zwei Semester. Der Zukunftsvertrag Studium und Lehre bezahlt uns Hochschulen auch genau nach dieser Währung unter anderem. Das ist erst mal, sage ich mal, ein ganz systemisches Thema. Auf der anderen Seite bin ich aber schon der Ansicht, dass wir als oder wir sind auch verpflichtet als Hochschule, einen Studienplan bereitzustellen, der es deutlich macht, dass das Studium in einer angemessenen Zeit erledigt werden kann. Weil es kostet ja auch entsprechend und die Studierenden müssen wissen, ich kann es in einer bestimmten Zeit auch wirklich schaffen. Das ist eine Verpflichtung, die wir als Hochschule eingehen, also weil wir letztendlich dieses Curriculum ja der Vertrag ist. Von daher bin ich schon der Ansicht, dass dieser Begriff Regelstudienzeit im Sinne von innerhalb dieser Zeit machen wir es dir möglich, einen entsprechenden Studiengang abzuschließen, auf jeden Fall beibehalten sollten. Die Kette, die danach kommt im Sinne von was leitet sich daraus ab, wie werden die Hochschulen auch leistungsorientiert bezahlt? Das ist, sage ich mal, eine andere Thematik. Und von daher glaube ich, dass es schon ein guter Schritt ist oder wir glauben, dass als HHK diese Regelstudienzeit plus zwei würde extrem viel lindern. Denn gerade im Bachelor-Bereich möchten die Studierenden schon auch zeitnah in den Beruf rein bzw. den weiteren Schritt nehmen. Und ich denke, das ist einfach wichtig, um Sie da, also auch, sage ich mal, aufs Leben vorzubereiten, unabhängig davon, dass Sie irgendwann später wieder zur Hochschule kommen. Vielen Dank. Dann rufe ich jetzt für die SPD-Bundestagsfraktion Frau Rieh auf. Dann muss er später beantworten, ja? Ja, wir haben fünf Minuten Frage-Antwort-Kontingent und sowohl Frage als auch erste Antwort waren zu lang. Und dann gucken wir, wie war es dann im nächsten Unions-Kontingent. Wir machen alphabetische Reihenfolge der Sachverständigen und Bundesregierung danach und die auch eigentlich ans Antwort-Kontingent nicht gebunden ist. Aber die Zeit war eindeutig abgelaufen. Das nur zu den Spielregeln, die wir uns gegeben haben. Frau Rieh für die SPD-Fraktion. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an Frau Bolenius. Und zwar würde ich gerne von Ihnen eine Einschätzung dazu haben, was für eine Rolle BAföG spielt, gerade auch für Teilzeitstudierende und somit auch für die Vereinbarkeit von Familiestudium und gegebenenfalls auch Beruf. Und was noch weiter passieren muss, um diese Vereinbarkeit zu stärken. Und meine zweite Frage direkt im Anschluss an Frau Urbatsch. In der jetzigen Form des BAföG gibt es natürlich noch eine weitere Hürde in Form von Eltern, die nicht bereit sind, ihr Vermögen oder ihr Einkommen offenzulegen oder das Studium zu finanzieren. Wie müsste das BAföG weiter ausgestaltet sein, um das zu berücksichtigen? Die erste Frage ging an Frau Bolenius. Vielen Dank. Ja, die Debatte um die Teilzeitförderung oder die Förderung von Teilzeitstudiengängen im BAföG ist ja im vollen Gange. Wir sehen das kritisch, weil im Moment ist es so, dass Menschen, die formal Teilzeitstudieren, nicht dem Grunde nach förderungsberechtigt sind. Da sie nicht dem Grunde nach förderungsberechtigt sind, haben sie Anspruch aus Leistungen nach SGB II und XII und sind da finanziell besser abgesichert, als wenn wir jetzt anfangen würden, sie im BAföG zu fördern. Es sei denn, die Teilzeitförderung im BAföG würde umfassen, dass es auch eine existenzsichernde, bedarfsgerechte Förderung ist, die nicht unter dem Satz für ein Vollzeitstudium liegt. Dann könnte man das Thema angehen. Sonst würde ich sagen, Teilzeitstudium Vorsicht, weil die Kernzielgruppe von Teilzeitstudium sind Menschen, die aufgrund von körperlichen, geistigen oder wegen Betreuungs- oder Pflegeaufgaben oder warum auch immer, nicht in der Lage sind, ein Vollzeitstudium zu absolvieren. Und deshalb, das ist die Kernzielgruppe, die wir im Auge haben. Alles andere sind eher berufsbegleitende Formate. Das ist nochmal was anderes. Das muss man abgrenzen voneinander. Also soviel zu Teilzeit. Auf jeden Fall Vorsicht. Und ansonsten ist natürlich sehr wichtig für Menschen mit Betreuungs- und Pflegeaufgaben, also das ist unabhängig, ob sie Kinder betreuen oder Angehörige pflegen, dass am Thema Zuschlag bei der Förderungshöchstdauer nochmal nachjustiert wird. Und auch bei Pflege, nicht erst ab Pflegegrad 3. Gucken Sie sich das nochmal an, was da nachgewiesen sein muss. Und natürlich die Frage der Kinderbetreuungszuschläge ist auch ein wichtiger Punkt für die Frage Vereinbarkeit. Danke an DGB, an Frau Urbott, Arbeiterkind. Aktuell sitzt das BAföG darauf, dass man eine gute Beziehung zu seinen Eltern hat und überhaupt Kontakt zu seinen Eltern hat. Das ist aber häufig auch bei unserer Zielgruppe nicht der Fall. Häufig besteht kein Kontakt. Häufig ist es auch besser so. Häufig bestehen da auch Ängste. Das ist mit viel Scham verbunden. Deswegen wäre es aus unserer Sicht sinnvoll, wenn man das entkoppeln könnte, dass man nicht die Eltern fragen muss. Einige sind eben nicht kooperativ. Und andere werden erst gar nicht gefragt, weil die Studierenden das vermeiden wollen. Die wollen sie erst gar nicht ansprechen. Vielen Dank. Dann kommt jetzt für die CDU CSU-Bundestagsfraktion Frau Staffler. Ich würde zum einen noch mal auf die Frage der Kollegin zurückkommen wollen, ohne die jetzt noch zu wiederholen. Ich würde dann noch eine Frage stellen an Frau Dr. Rohner bezüglich der Hinzuverdienstgrenze. Die war ja im Referentenentwurf mal bei 350 Euro. Das ist jetzt in dem, was wir aktuell diskutieren, auf 330 Euro gesenkt worden. Mich würde Ihre Einschätzung dazu interessieren. Was ist an dieser Stelle aus Ihrer Sicht sinnvoll und welche Auswirkungen hat es dann eventuell auch mit Blick auf Handel, Wirtschaft, also überall da, wo eben die Studenten dann auch eingesetzt werden? Frau Rohner. Also insgesamt ist es sehr, sehr wichtig, dass auch BAföG-Geförderte die Möglichkeit haben, eine gewisse Summe zuzuverdienen. Das halten wir auch mit Blick auf Machung von Praxiserfahrungen für sehr, sehr wichtig. Was übrigens potenziell auch zu den Gründen gehört, warum wir, wenn wir uns die Förderquote in den 70er Jahren angucken und heute beim BAföG Unterschiede sehen, das liegt natürlich auch an der Entwicklung der Einkommensstrukturen, mit Sicherheit auch darin, dass sich viele BAföG-Berechtigte von der aktuell viel zu hohen Bürokratie der Anträge abgeschreckt fühlen, aber auch darin, dass es Studierende gibt, die BAföG beantragen könnten, die aber selber während ihrem Studium arbeiten wollen. Also das ist mir wichtig, auch in diesem Kreis noch mal als einen Punkt zu nennen. Vielen Dank. Herr Dr. Jens Brandenburg, Staatssekretär, beantwortet nun die Frage von Frau Dr. Grütters, Unionsfraktion. Ja, vielen Dank. Sie haben nach der Begabtenförderung gefragt, bzw. ich würde weniger von Geschenk, eher von Zuschuss sprechen, aber genau diesen Anteil, der ja in der Tat im Zuge dieser Reform entsprechend mit angepasst wird, also automatisch nachgezogen wird, was die Höhe angeht. Dasselbe gilt übrigens auch für das Aufstiegs-BAföG. Das ist eine automatische Folge, ist also somit hiermit berücksichtigt. Die Bundesregierung plant, das war ja auch Teil Ihrer Frage, plant keine Änderung dieser Regel. Wir sind mit den Begabtenförderungswerken vielmehr im Austausch zur Frage, wie wir sie öffnen können für Talente der beruflichen Bildung. Aber mit Bezug auf die Aspekte, die Sie angesprochen haben, planen wir keine Änderungen. Und zur anderen Frage nur kurzes Missverständnis aufzuklären. Nettobetrag wurde abgesenkt, weil die Bundesregierung Arbeitnehmerpauschbetrag als Entlastungsmaßnahme erhöht hat. Die Absenkung hat nicht zur Folge, dass sich an den Bruttowerten was ändert. Die 520-Euro-Mini-Job-Grenze ist der Wert, an dem sich das Brutto orientiert, weiterhin. Danke an die Bundesregierung. Die neun Sekunden reichen nicht mehr für eine weitere Nachfrage. Dann komme ich zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Laura Kraft. Ja, vielen Dank. Meine Frage wäre an Herrn Müller. Sie haben ja eben angesprochen, dass eine, ja, Sie haben ja diese Autometapher benutzt, also dass das BAföG in seiner Struktur nicht zeitgemäß ist. Ungefähr haben Sie es gesagt. Und ja, könnten Sie da vielleicht noch mal etwas näher ausführen, was Sie sich dann von einer Strukturreform ganz konkret erhoffen, beziehungsweise wie die aussehen müsste. Und dann wäre noch meine Frage an Frau Urbatsch von Arbeiterkind. Vielleicht auch noch mal ganz kurz, ja, wie Sie zur Studienstarthilfe stehen und, ja, was das auch bewirken könnte für Studierende. Herr Müller. Genau, der erste Schritt, die Basis wird jetzt gelegt mit der Erhöhung der technischen Daten, sage ich mal. Das ist erst mal gut. Was dann als zweiter Schritt fehlen würde oder was kommen muss demnächst und auch kommen wird hoffentlich, ist die Förderlogik ins 21. Jahrhundert zu bringen. Dass man sagt, wir haben ein Studium mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Faktisch, das wollen wir auch, weil es seine Gründe hat. Das ist immer so defizitorientiert diskutiert. Es ist einfach eine Entscheidung der Studierenden, die ihre Gründe haben. Also insofern, Teilzeit sollte möglich sein, förderfähig sein. Orientierungssemester finde ich ganz wichtig. Die Studierenden haben so komplexe Orientierungsleistungen zu erbringen, in der Vielfältigkeit des Hochschulsystems, der Studiengänge, der Finanzierungsformen. Und da sind Orientierungssemester ein ganz wichtiger Baustein. Die sind de facto, werden sie teilweise mit Tricks in die Förderfähigkeit gehievt, was aber nicht ganz koscher ist immer. Also es wäre schon sinnvoll, die einfach offiziell aufzunehmen in den Katalog der zu fördernden Studiengänge, Orientierungssemester. Dann geht es um Zertifikatsstudiengänge, also CASTAS, also Certificate of Advanced Studies und das Diploma of Advanced Studies. Die sind auch derzeit nicht förderfähig, aber für viele extrem sinnvoll. Es sind kurze Abschnitte, ist auch nicht so teuer. Weiterbildender Master. Das Bolander-System ist ursprünglich so angelegt, Frau Tipp hat es eben gesagt, man macht den Bachelor, man geht in den Beruf und geht dann in der Regel berufsbegleitend weiter. Faktisch ist das nicht überall so. Da müssten wir dran. Förderungsdauer haben Sie schon gehabt. Dann ein Punkt, der bisher noch völlig untergegangen ist, den wir auch im Blick halten müssen, ist die Parallelexistenz der staatlichen Förderangebote, die völlig nebeneinander agieren. Das ist neben dem BAföG der KfW Studienkredit. Das ist der Bildungskredit beim Bundesverwaltungsamt. Das ist die Überbrückungshilfe, die es jetzt nicht mehr gibt. Es ist das fehlende Darlehen für Studiengebühren an privaten Hochschulen. Da gibt es leider bisher von der Ampel, glaube ich, noch kein Signal, dass man daran geht. Auch das schafft Unsicherheit. Sie hatten eben die Kampagne diskutiert. Und ich hätte fast die Auffassung, was bringt jetzt eigentlich groß eine Kampagne? Man muss erst mal etwas so gestalten, dass man es einfach erklären kann. Und für mich ist diese Vielfalt an vielen Instrumenten extrem schwierig zu erklären. Es fällt mir schon schwer, da durchzublicken. Wie soll das ein 17-, 18-Jähriger tun? Eine 17-, 18-Jährige. Also das unter einen Dach zu bringen, das wäre für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und meine letzten Sekunden, die Kindergrundsicherung, das wäre für mich so ein Add-on. Also wenn das auch klappen würde, wäre das klasse. Aber die ersten beiden Schritte sind für mich elementar. Okay, dann Frau Schröder für die FDP-Fraktion. Vielen Dank. Ich habe noch zwei Fragen. Die erste richtet sich an Herrn Müller mit Bitte um kurze Antwort. In Ihrer Stellungnahme adressieren Sie auch das Thema Internationalisierung des BAföG. Und da würde ich Sie gerne fragen, wo Sie da weiteres Potenzial sehen. Die Frage geht an Herrn Müller. Jetzt habe ich mich gerade bei Frau Urwald entschuldigt, dass ich Ihre Redezeit geklaut habe. Jetzt habe ich die Frage nicht mitbekommen. Tut mir leid. Jetzt ist meine Redezeit auch gleich vorbei. Es geht um die Internationalisierung des BAföG. Wo sehen Sie da weiteres Potenzial mit der Bitte um kurze Antwort? Ja, auch da ist ja, wie soll ich sagen, so halbherzige Aktionen werden gestartet mit dem Auslands-BAföG, inklusive Studiengebühren, witzigerweise, die auch erheblich sein können. Ansonsten ist das kaum vorgesehen. Und auch da wäre meine ganz kurze Antwort, ja, breit öffnen, aber nicht zwingend alles in Geschenk oder wie Sie sagen, als Zuschuss, als Förderung. Da kann man auch für Studiengebühren im Ausland gerne über ein zinsgünstiges, zinsfreies Darlehen nachdenken. Aber Hauptsache Wege öffnen, Türen öffnen. Vielen Dank. Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Anbuhl. Wir hatten das Thema Zuschläge für großstädtisches Wohnen sozusagen. Da frage ich mich immer, verschlimmer das nicht auch die Situation am Wohnungsmarkt in den Großstädten? Wie sehen Sie diese Gefahr und wie würden Sie damit umgehen? Herr Anbuhl, DSW. Vielen Dank. Die Gefahr besteht natürlich schon. Wir hatten das bei der letzten Anhebung der Wohnkostenpauschale ohnehin gehabt, dass nachdem in dem Moment, wo das erfolgt ist, bei Haus und Grund, ein Artikel drin war, wo man gesagt hat, liebe Vermieterin, schaut mal hin, ihr könnt die Miete anheben, weil die Wohnkostenpauschale steigert sich. Also die Frage ist, ob das ein durchlaufender Posten ist. Für uns ist der erste Punkt, den ich sagen würde, man muss bauen im billigen Bereich. Dafür ist es gut, dass die Bundesregierung ein Bund-Länder-Programm starten will zum Neubau von studentischen Wohnen. Der zweite Punkt ist, ich muss trotzdem konstatieren, dass die Wohnkostenpauschale noch unterhalb der Düsseldorfer Tabelle ist eigentlich. Also wir müssen sie schon anheben. Und ich kann mir vorstellen, dass man sagt, wir versuchen, in einzelnen Punkten so eine wirkliche Metropolenpauschale zu machen. Ich würde es nicht nach Wohngeldtabelle machen, weil wenn wir Leistung regionalisieren, dann wird das extrem komplex. Auch das Antragsverfahren wieder, aber dass man sagt, wir machen einen Metropolenzuschlag, könnte ich mir vorstellen, wenn es mit Bauen gekoppelt ist. Und dann nutze ich gerne meine letzte Minute dafür, das Thema Studienstarthilfe noch mal zu adressieren. Das ist auch ein Herzensthema unserer Fraktion. Deswegen, Frau Urbert, vielleicht können Sie Ihre Antwort nachholen. Vielen Dank, war es sehr zu schätzen. Ja, für uns ist die Studienstarthilfe ganz wichtig. Wir haben ja auch schon jahrelang darüber gesprochen, wie schwierig diese Vorfinanzierung dieses Studiums ist. Also ich glaube, dass das einen Riesenunterschied machen wird, insbesondere auch für diejenigen, die aus Familien kommen, die schon Sozialhilfe bekommen, weil die haben einfach keine Rücklagen. Also das begrüßen wir sehr. Für die AfD-Fraktion, Herr Frömming. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage noch, die ich gerne an Herrn Staatssekretär Dr. Brandenburg und an Herrn Anbuhl adressieren würde. Und zwar, Herr Dr. Brandenburg, mit welcher Steigerung an BAföG-Anträgen rechnen Sie denn? Also haben Sie da überschlägig sich überlegt, wie viele zusätzliche Anträge möglicherweise durch die Reform zu erwarten sind? Denn wir haben ja gesehen, dass schon jetzt in einzelnen Bundesländern, wir hatten das Beispiel Nordrhein-Westfalen, bei einem gesteigerten Aufkommen an Anträgen ist zu Engpässen gekommen ist bei der Bearbeitung. Und da nützt ja auch die Digitalisierung nichts mehr, wenn auf dem anderen Ende der Leitung das Personal fehlt, um diese Anträge zu bearbeiten. Und die Frage jetzt an Herrn Anbuhl, was kann man tun, um hier vielleicht dafür zu sorgen, dass die Anträge schneller bearbeitet werden und damit nicht diese Personalknappheit hier entsteht? Beantwortung erfolgt von Herrn Brandenburg. Und Herrn Anbuhl, dann fangen wir mit Herrn Anbuhl an. Danke. Also im Prinzip sehen wir schon durch den Gesetzentwurf einfach einen erhöhten Erfüllungsaufwand in den BAföG-Ämtern, sodass wir sehen, dass dort steigende Anforderungen auf sie zukommen. Das kann man kurzfristig nur mit mehr Personal, mehr Ressourcen lösen. Die brauchen wir einfach dann. Die brauchen natürlich auch eine Einbearbeitungszeit dabei. Aber das ist jetzt das, was man sehr schnell braucht. Das Zweite ist dann die Frage, gibt es sonstige Verwaltungsvereinbarungen? Wir sehen es ja bei dem Restschuldenerlass oder so, dass es manchmal auch gilt, auf bestimmte formale Anforderungen zu verzichten, die dann auch nicht mehr nachgeprüft, nicht mehr nachgeholt werden müssen. Also ich glaube, in dem Bereich liegt noch sehr viel Möglichkeit drin. Aber nichtsdestotrotz, es führt keinen Weg darüber, daran vorbei, dass wir mehr Menschen in den BAföG-Ämtern brauchen. Vielen Dank an DSW. Als nächstes das BMBF. Vielen Dank, würde ich direkt ergänzen. Das Fraunhofer-Institut für angewandte Informationstechnik, FIT, macht immer die Prognosen, was die geförderten Zahlen auf Basis solcher Reformen angeht. Da gehen wir im nächsten Jahr von 47.000 zusätzlichen geförderten aus. Konkrete Schätzungen zu Antragszahlen liegen nicht vor. Aber ich kann Ihnen versichern, dass natürlich auch bei einer Kampagne darauf geachtet wird, dass sie zielgruppenspezifisch ist. Bis wir also jetzt die Zielgruppe, die tatsächlich potenziell förderungsfähig ist, dann auch in den Blick nehmen. Ansonsten sind die Länder, die BAföG-Ämter für die Umsetzung zuständig. Und die Länder sind ja auch in diesem Prozess dieser Reform mit eingebunden. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Dann für die Linksfraktion Kollegin Dr. Sitte. Ja, wir haben gerade spontan getauscht, weil eine Frage, die wir auch stellen wollten, schon beantwortet worden ist. Ich habe in den letzten Wochen zunehmend auch mit ehemaligen Studierenden gesprochen, die betroffen sind von diesen 20 Jahren. Gibt es ja jetzt Erleichterung, 77er-Regelung. Trotzdem bleibt eine Größenordnung übrig. Und die Frage richtet sich an Matthias Anbuhl. Gibt es einen Überblick, wie groß die Gruppe sein könnte, die jetzt immer noch diese Kettenkugel 20 Jahre am Bein hat? Und ob es nicht sinnvoll wäre, ich vermute mal, dass sie relativ klein ist, jetzt Regelungen zu treffen, um die, naja, mal vorsichtig gesagt, zu amnestieren und zu sagen, Schluss aus, da wird der Staat eh nicht reich. Wir machen da jetzt einen Schlussstrich und setzen neu an, sodass es für die dann keine weiteren Zahlungsverpflichtungen mehr gibt. Vielen Dank, Herr Anbuhl. Vielen Dank. Eine genaue Zahl kann ich dazu nicht liefern an dem Bereich. Aber ich kann sagen, dass die Gruppe relativ klein sein wird, weil ja auch der Darlehensanteil mittlerweile auch gedeckelt ist dabei bei 10.000 Euro. Insofern wird das jetzt kein allzu großer Beitrag sein. Ich würde anders ran gehen. Ich würde generell einfach sagen, Darlehensanteil, Zuschussanteil, gucken wir uns mal an. Und das ist ja auch vorgesehen, glaube ich, zumindest zu prüfen für eine der nächsten Novellen, weil damit schlägt man eine Fliege, mehrere Fliegen mit einer Klappe. Man hält die Gruppe klein jetzt an Restschuldnern und anderer Seite nimmt man auch Verschuldungsängste einfach für kommende Studierende Generationen. Insofern wäre das eigentlich aus meiner Sicht mit der Herangehensweg. Vielen Dank. Weitere Nachfragen? Hat die Linksfraktion noch Nachfragen? Sonst gehe ich weiter. Okay, vielen Dank. Als nächstes Oliver Katzmarek für die SPD-Fraktion. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte gerne einen Satz von Frau Grothherr zur Grundlage nehmen, wie ich diese Anhörung auch überschreibe. Sie haben gesagt, diese Reform ist nur ein Anfang. Ich würde sagen, diese Reform ist ein Anfang, ein guter. Und dass Sie das auch ernst nehmen können, sehen Sie daran, dass heute im Kabinett der nächste Reformschritt der Nothilfemechanismus beraten wird und wir das vor der Sommerpause hier auch noch im Parlament beraten werden. Klar ist, mit diesem Schritt haben wir im Fokus eine Gruppe, die ohne Geld, manche sagen auch arm, an den Hochschulen ist und die jetzt im Moment nicht im BAföG sind. Und meine Frage geht an Frau Grothherr und Frau Urbatsch. Es geht um die, bei denen es nicht heißt, kriegen Sie fünf oder sieben Prozent mehr BAföG, sondern kriegen Sie BAföG oder kein BAföG. Und deswegen, viele von denen sind arm und die sind auch deshalb arm, weil ihre Eltern schon arm sind. Und manche von denen machen gar keinen Antrag aufs BAföG. Deshalb auch mit Blick auf den zweiten Reformschritt, was empfehlen Sie uns, um diese Gruppe auch zum BAföG-Antrag zu bewegen? Welche Reformschritte müssen wir einleiten, damit die, die wirklich das Geld brauchen, auch tatsächlich am BAföG teilhaben können? Vielen Dank, Herr Kaczmarek. Frau Grothher für FZS. Vielen Dank. Ich kann da im Grunde nur wiederholen, was ich schon mehrfach betont habe. Es braucht endlich eine Elternunabhängigkeit des BAföG, denn die Abhängigkeit von den Eltern ist aus mehreren Gründen problematisch. Einerseits, weil es eine ganz große Gruppe gibt, die dann eben rausfällt aufgrund dieser finanziellen Belastung der Eltern. Aber Frau Obertsch hat es vorhin auch schon angeklingen lassen. Es gibt eben auch Eltern, die schlicht nicht zahlungswillig sind, auch wenn sie es könnten. Und da gibt es andere Möglichkeiten, das auszugleichen, als diesen Studierenden den Zugang zum BAföG zu verwehren. Aber eben auch die Rückkehr zum Vollzuschuss, wie das BAföG ursprünglich mal intendiert war, wäre ein sehr wichtiger Schritt. Vielen Dank, Frau Urbatsch, Arbeiterkind. Frau Rohner hat eben schon den Bürokratieaufwand angesprochen. Ich würde da wirklich noch mal bitten, sich das anzugucken, weil es ist ein enormer Bürokratieaufwand, den 17-, 18-Jährige haben. Die sind damit überfordert. Man hat Glück, wenn man jemanden kaufmännisches in der Familie hat, der da unterstützen kann. Aber das ist ein überfordernder Antrag. Der ist zu kompliziert. Das ist einfach nicht machbar. Der muss schlanker werden, einfacher werden, schneller bearbeitet werden. Und die Serviceorientierung in den BAföG-Ämtern ist auch wichtig. Viele fühlen sich, das sind die Rückmeldungen, die wir bekommen, nicht besonders respektvoll behandelt. Sie haben das Gefühl, sie werden behandelt wie Menschen, die dem Staat Geld aus der Tasche ziehen wollen und zu Unrecht einen Antrag stellen. Ich denke, wir brauchen da auch mehr ein Duktus von, wir wollen die Potenziale in Deutschland heben und Menschen eine Chance geben. Und wir wollen das Geld auch ausgeben. Und wir wollen nicht Geld sparen, sondern das BAföG soll auch ausgegeben werden. Und ich glaube, diese politische Botschaft, die müsste noch mehr in die BAföG-Ämter hineingetragen werden. Vielen Dank. Dann Herr Albani für die Unionsfraktion. Ja, herzlichen Dank. Meine erste Frage berichtet sich an Frau Dr. Rohner. Sie sagen, dass es der falsche Ansatz sei, dass der Zugang zur Ausbildungsförderung einer deutlich breiteren Schicht der Bevölkerung geöffnet wird. Wo hätte Ihrer Auffassung nach die Novelle Ihrer Meinung nach ansetzen sollen? Und die zweite Frage richtet sich an Herrn Anmut und Frau Bauernfeind. Wir haben bei der Novelle des AFBG in der letzten Legislatur eine, nicht Amnestie, sondern die Möglichkeit des Erlassens des Darlehens angeknüpft an die Tatsache, dass man zum Beispiel selbstständig wird. Also ein positives, nicht ein negatives, sondern ein positives Erlass-Tatbestand gemacht. Könnten Sie sich sowas im Bereich der Studierenden auch vorstellen? Vielen Dank. Herr Anwohl. Ich glaube, dazu sind die Systeme zu unterschiedlich. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, wenn ich jetzt sagen würde, wir haben jemanden, der ist berufstätig, der macht einen Meister, Techniker, Fachwirt, eine Ausbildung und startet dann. Und dann knüpfen wir das an so einen Anreiz, an einen Incentive irgendwie. Das kann ich mir vorstellen. Bei Studierenden, die Schwierigkeiten haben, das zurückzuzahlen nachher am Ende, das an ein positives Instrument zu verknüpfen, halte ich, glaube ich, auch für schwierig. Zum anderen ist es ja so, dass es hier auch eine Sozialleistung ist, die wir haben und wo wir sehen müssen, dass wir den Zugang zur Sozialleistung auch nicht erschweren. Insofern, glaube ich, das passt nicht ganz zusammen, die Systeme. Vielen Dank. Frau Bauernfeind. Ja, ganz gute, ganz kurze Antwort. Positive Anreize sind immer gut, wenn das entsprechend vereinbar ist und studentenfreundlich im Sinne von Rückseitsmodalitäten etc. ist das natürlich zu begrüßen. Allerdings schließe ich mich Herrn Anbuhl an. Das BAföG ist eine Sozialleistung und damit unterscheidet es sich vom AFPG. Vielen Dank. Frau Rohner, BDR. Ja, vielen Dank. Also tatsächlich bei einer Novelle ist ja die Frage, die als erstes Mal geklärt werden muss, was ist denn das Ziel einer Novelle? Und aus unserer Sicht müsste das Ziel einer BAföG-Novelle sein, dass diejenigen, die BAföG brauchen, dieses schnell und unbürokratisch bekommen und verlässlich bekommen. Das Ziel dieses Referenten, dieses Regierungsentwurfs, das ja auch sehr, sehr stark betont wird, ist allerdings auch eine Förderquote zu erhöhen. Und das wird, soll erreicht werden durch Faktoren, die jenseits dieser Bedürftigkeit liegen. Also der Erhöhung des Vermögensfreibetrags und die Erhöhung des Alters. Und das finden wir schwierig. Also gegebenenfalls ist es so, dass man am Ende erreicht, wir können jetzt verkünden, wir haben die Förderquote erhöht. Aber haben auch tatsächlich die davon profitiert, die das BAföG wirklich brauchen, weil sie aus ihren Elternhäusern keine Unterstützung bekommen. Die Frage ist dann eben noch nicht erklärt. Vielen Dank, Frau Rohner. Dann schließe ich die zweite Nachfragerunde und starte die dritte Nachfragerunde mit Frau Kollegin Wagner für die SPD-Fraktion. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fragen gehen an Frau Professor Tippel. Wir haben jetzt ein bisschen was gehört hinsichtlich der Aufklärung zum BAföG, Ängste, die damit auch verbunden sind. Wie sehen Sie denn, in welcher Verantwortung sehen Sie denn die Hochschulen dabei, auch aufzuklären, die ja auch in den letzten Jahren immer stärker auch, sage ich jetzt mal, diese Phase mit befüllt haben im Übergang von Schule zu Hochschule mit verschiedensten Beratungs- und Begleitangeboten. Wie kann man da eventuell auch das nochmal verbessern? Und die zweite Frage wäre auch, welche Kultur herrscht Ihrer Meinung nach gegenüber BAföG-geförderten Studierenden an den Hochschulen? Wir hatten gerade das gehört von der Frau Urbatsch, dass die Personen selbst eventuell meinen, dass sie dem Staat etwas aus der Tasche ziehen. Wie empfinden, wie ist die Kultur da an der Hochschule spürbar? Danke, Frau Wagner. Zwei Antworten von Frau Tippel. Ja, genau. Auf, also Verantwortung der Hochschulen in Bezug auf BAföG, ja. Also ich antworte jetzt mal so auch als Präsidentin, denke aber, einer Hochschule, denke aber, dass ich im Namen vieler spreche. Studienfinanzierung ist ja grundsätzlich ein Thema. Und wir sind in der Situation, dass es den oder die typische Studierenden gibt es ja nicht mehr. Das ist auch bei uns so. One size fits all hat ausgedient. Das heißt, wir haben mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Menschen zu tun in sehr unterschiedlichen Lagen. Und da ist Studienfinanzierung auch sehr divers zu sehen. Und BAföG ist ein zentraler Bauschein. Und wir versuchen in allen unseren Werbekampagnen, wir gehen an Schulen. Also ich fange jetzt mal bei den Jüngsten an. Das ist ja nicht nur unsere Zielgruppe, aber ebenso auch sehr wesentlich, dass wir versuchen, sehr früh auch die Eltern mit ins Boot zu nehmen. Das ist zum Beispiel etwas, was wir in den letzten Jahren erst erkannt haben und vielleicht auch Gegenstand der Kampagne, wie auch immer sein könnte, dass die Eltern verstehen müssen, sozusagen, was da passiert, um dann ihre Kinder auch, sagen wir mal, da entsprechend zu unterstützen. Also wir haben jedes Mal die Stände sozusagen bei unseren Hochschulinformationstagen. Wir haben es auf der Website und wir sprechen es gezielt an, je nach Bedarf. Zweite Kultur kann ich Ihnen sagen, die Studierenden nach meiner Wahrnehmung, und ich habe ja viele Jahre als Professorin auch gearbeitet, wird nicht danach gefragt, kriegst du BAföG, kriegst du nicht BAföG oder wie auch immer. Das ist nicht das Thema. Ich glaube, was Frau Urbatsch angesprochen hat, war vielleicht eher auf diese Antragstellung bezogen. Und da habe ich mir schon so ein bisschen auch notiert, ich glaube, da kann einfach so ein Kulturwandel, die Haltung kann irgendwo vielleicht auch möglicherweise geändert werden, um Barrieren einer solchen Antragstellung vorzubeugen. Aber das ist Spekulation an der Hochschule, also für mich an der Hochschule selber spüren wir das nicht. Vielen Dank. Dann würde ich jetzt an der Stelle kurz Transparenz schaffen über die noch weiteren Fragestellerinnen. Ich habe noch die Kolleginnen und Kollegen drauf. Ja, Zombeck, Starr, Schröder, Frömming, Sitte, Seitzel und Staffler. Und würde jetzt beginnen mit Herrn Ja, Zombeck. Ja, ich würde gerne die Frage adressieren an Frau Dr. Ruhner und auch an Frau Prof. Tippe. Nämlich, wir haben ja viel diskutiert über die abnehmende Zahl der BAföG-Beantragungen. Gleichzeitig sehen wir aber auch in den letzten zehn Jahren einen Anstieg des Pro-Kopf-Einkommens in Deutschland um fast 50 Prozent. Wir sehen auch seit 2010, wenn ich das mal als Vergleichszeitraum nehme, durchgehenden Anstieg der Studierendenzahlen. Insofern würde mich das mal interessieren, wie Sie das beurteilen, dass wir trotzdem eine positive Zunahme der Studierendenzahlen haben und wie Sie BAföG in dem Zusammenhang tatsächlich einsortieren als eine Sozialleistung. Und zum Zweiten, wenn noch Zeit ist nach der Antragstellung. Ich bin ja mein Freund offener Schnittstellen. Ich würde das sonst auch noch mal Herrn Anbuhl fragen, ob Sie denn selber auch dafür ein Produkt entwickeln würden für die Antragstellung. Die Frage richtete sich an. Jetzt erst mal an Frau Ruhner und Frau Tippe und Herrn Anbuhl noch Zeit haben. Okay, dann müsste Herr Anbuhl beginnen. Entschuldigung, ich hatte jetzt, weil ich gerade als dritter war. Also wir haben ja ein Produkt entwickelt für die Überbrückungshilfe damals. Es gibt jetzt mittlerweile Fachverfahren, wo die Länder dabei sind jetzt, die einfach Anbieter haben jetzt Ländergruppen, verschiedene NRW, Sachsen-Anhalt und ähnliche. Da sind die Verfahren ja schon vorgegeben im Prinzip. Da sind wir natürlich dialogbereit jetzt. Aber wir können jetzt nicht an denen vorbei Produkte entwickeln für die Schnittstellenlösung. Vielen Dank, Frau Rohner. Dann übernehme ich direkt. Vielen Dank. Ja, es ist richtig. Die Förderquote hat sich verändert seit den 70er Jahren im Vergleich zu heute. In den 70er Jahren über 40 Prozent. Heute 11 Prozent der Studierenden. Aus unserer Sicht kann man daraus aber nicht schließen, dass das BAföG als Instrument defizitär ist. Jedenfalls nicht automatisch. Dazu müsste man eben auch mal die letzten Novellierungen wirklich evaluieren. Aus unserer Sicht, ganz kurz, gibt es vier Gründe, warum die Förderquote heute niedriger ist. Zum einen, Sie haben es genannt, generelle Einkommensentwicklung der Familien. Zweiter Punkt, heute haben Familien auch weniger Kinder als in den 70er Jahren. Da gab es viel mehr Kinder, viel mehr Familien mit zwei oder drei Kindern. Heute weniger. Dritter Punkt, abschreckende Bürokratie. Wir haben auch als Mitglieder des BAföG-Beirates der Bundesregierung, mehrere Personen gehören dazu, hier wirklich schon ganz erschreckende Meldungen bekommen und Berichte in Sitzung. Und der vierte Punkt, es gibt tatsächlich auch Studierende, die wollen eigenes Geld verdienen und Praxiserfahrungen sammeln. Und das unterstützen wir natürlich arbeitgeberseitig auch. Vielen Dank, Frau Professor Tippe für die HRK. Ja, also vielleicht erst mal zu dem Thema Anstieg der Studierendenzahlen möchte ich mal noch zwei Aspekte mit reinbringen. Einmal haben wir natürlich durchaus zu beobachten, dass die Akademisierung von bestimmten Berufen vorangeschritten hat und wir Studiengänge natürlich bekommen haben, die es vorher nicht gab und die natürlich auch attraktiv sind. Dann möchte ich ein Thema noch erwähnen, weil es auch mit Finanzierung zusammenhängt, die zunehmende Attraktivität von dualen Studienangeboten. Das hat deutlich zugenommen. Ich habe gerade letzte Woche noch mit Amtskollegen von dualen Hochschulen aus anderen Bundesländern gesprochen, die entgegen, sage ich mal, unserer Erfahrung landauf, landab, weniger, um nicht zu sagen, keine Rückgänge der Studierendenzahlen während der Corona-Pandemie hatten, was bei anderen Hochschulen durchaus der Fall ist. Und ein wesentliches Motiv ist natürlich die Sicherheit. Okay, dann schließe ich ab. Vielen Dank für die grüne Fraktion, Frau Starr. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch für Ihre Stellungnahmen. Ich habe eine Frage an Frau Urbatsch und Frau Tippe. Bürokratie und komplizierte Antragsverfahren. Es wurde jetzt häufiger gesagt, wie abschreckend und problematisch das ist. Das gehen wir jetzt an, auch durch die Digitalisierung. Ich glaube, da werden wir eine Verbesserung erreichen. Aber Sie haben ja darüber hinaus auch gesagt, wie wichtig es ist, diese Informationen überhaupt zugänglich zu machen. Und Frau Urbatsch, Sie haben auch gesagt, wie wichtig es ist, zuverlässig vorher zu wissen, mit wie viel Geld ich rechnen kann. Und da schließt meine Frage an zum einen, wie können wir die Information wirklich noch mal besser zugänglich machen? Ist Kampagne ausreichend oder müssen wir eigentlich in die Schulen rein, in die Berufsorientierung? Wo können wir da ansetzen, um es wirklich allen jungen Menschen, die Information zugänglich zu machen? Und das Zweite, wie können wir das verwirklichen, dass Menschen wirklich wissen, mit so viel Geld kann ich am Ende rechnen? Frau Tippe und Frau Starr. Das wird jetzt knapp, aber wir versuchen es. Frau Tippe. Zugänglich machen, sage ich mal, so früh wie möglich und am besten in einem Alter, wo die Kinder noch nicht in der Pubertät sind. Das Studium sozusagen wirklich ganz, ganz früh in die Köpfe implantiert wird und dass das möglich ist. Das Erste und die zugänglich, also ich glaube schon, dass es Möglichkeiten gibt, wenn man einfach immer die Größenordnung pauschal angibt und man überschlagsweise überhaupt eine Aussage bekommt auf so einem digitalen Portal, das ist möglich. Du kommst da raus, das kommt raus oder es geht gar nicht. Das muss funktionieren. Frau Urbatsch. Genau, also es gibt ja viele, die in die Schulen gehen. Das tun wir auch. Das ist, glaube ich, auch nicht das Problem. Das Problem ist, es gibt keinen zuverlässigen Weg, vorher rauszubekommen, wie viel BAföG ich bekomme und auf einem sehr einfachen Weg. Es gibt BAföG-Rechner, die sind aber nicht vom Staat und auch die sind kompliziert. Also es braucht einfach irgendeinen Weg, einen Vorabentscheid zu bekommen, der zuverlässig ist und dass man sich wirklich verlassen kann, weil gerade die, die aus finanzschwachen Familien kommen, die können ja nicht ins Studium gehen, ohne zu wissen, wie viel Geld sie bekommen. Also da würden ja alle Familienmitglieder sagen, denk da nochmal drüber nach. Also du kannst doch nicht ohne Finanzplanung ins Studium gehen. Also das muss man sich wirklich nochmal bewusst machen, mit welcher Zielgruppe man das zu tun hat. Und ich würde auch keinen Job annehmen, wenn ich nicht weiß, was mein Gehalt ist. Okay, gibt es noch Nachfragen? Vielen Dank. Dann zu Ria Schröder für die FDP-Bundestagsfraktion. Vielen Dank. Wir haben jetzt viel über das Thema gesprochen, wie bürokratisch die Antragstellung ist in der Bearbeitung. Wie gesagt, da können wir wenig ausrichten an dieser Stelle, aber möglicherweise könnte man bei der Antragstellung auf Kriterien, auf Fragen verzichten. Was könnte das sein? Die Frage richtet sich an Herrn Anbuhl und an Frau Rohner. Ich hoffe, war verstanden, Herr Anbuhl. Aus dem Stand müsste man sich das nochmal wirklich genauer anschauen im Prinzip. Also ich denke mal, man hat es ja schon vereinfacht, die Fragestellung. Eigentlich, das finde ich schon. Es ist auch schneller geworden und es ist auch einfacher geworden im Prinzip. Die Verfahren, man könnte manchmal gucken, ob man noch wirklich jeden Nachweis braucht dabei. Aber ich glaube, der Hake im Moment für uns im Verfahren ist in der Tat nach der Antragstellung. Vielen Dank, Frau Rohner. Dem kann ich mich tatsächlich nur anschließen. Da muss man ganz genau gucken. Und Ziel muss aber sein, schlanker zu werden, auf das zu verzichten, worauf man verzichten kann, eine Verlässlichkeit herzustellen. Und vor allem, ich will es nochmal ganz dezidiert sagen, aktuell dauert es zum Teil viele Wochen bis Monate, bis eine Rückmeldung kommt. Und das behindert viele junge Leute. Und das ist ein wirkliches Problem. Das geben wir gerne an die zuständigen Länderverwaltungen weiter. Aber das ist nun mal leider ein Problem, was wir hier, da stimme ich Ihnen zu. Nur das ist leider nichts, was wir hier bearbeiten können. Ich würde noch eine Frage anschließen. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Vielleicht mal ein bisschen breiter gedacht in die Zukunft. Wir haben über das Thema Schulden und die Angst davor sehr viel gesprochen. Jetzt eine Möglichkeit könnte ja auch sein, eine Art umgekehrter Generationenvertrag. Heute zahlst du gar nichts. Später einen einkommensabhängigen Betrag über eine bestimmte Anzahl an Jahren. Da würde mich interessieren, vielleicht an Frau Urbatsch. Wäre das etwas, wie man das erleichtern kann? Weil ich sehe das Problem, ich habe nur die Antwort noch nicht. Könnte das eine sein? Das ist ein Konzept, was auch Bildungsfonds betreiben. Das ist für uns immer die Alternative, wenn man nicht mehr BAföG-berechtigt ist. Aber wir merken schon, dass das auch bei der Zielgruppe sehr schwierig ist. Alles, was mit Schulden zu tun hat, oder ich muss später noch mal in einer Zeit, wo ich nicht weiß, wie ich finanziell dastehe, etwas zahlen, ist schwierig. Und worauf ich auch noch mal aufmerksam machen möchte bei dieser Zielgruppe ist, was der Unterschied ist von Menschen aus finanzschwachen Familien, ist, dass sie ein Umfeld haben, wo niemand Geld hat. Das heißt, auch in Corona hat es alle runtergerissen, sage ich jetzt mal. Und es ist nicht eine einzelne Person. Wir erleben, dass Menschen von ihrem BAföG ihre Familie mitfinanzieren. Und auch hinterher, nach dem Studium, verdienen sie vielleicht ein gewisses Gehalt. Aber dann wollen sie eine Familie gründen. Dann müssen sie noch für ihre Eltern aufkommen vielleicht, die auch von Altersarmut betroffen sind, weil sie eben vielleicht nicht so eine gute Berufsausbildung machen konnten und nicht so viel Geld verdient haben. Und ich glaube, das unterschätzt man häufig, dass man ein ganzes System hat von Menschen, die kein Geld haben. Und dass das doch anders ist, als vielleicht bei jemanden, wenn es einen Studierenden gibt in der Familie und alle anderen verdienen ihr Geld. Dankeschön, AfD-Fraktion, Herr Frömming. Vielen Dank. Ich habe zwei kurze Nachfragen. Die erste richtet sich noch mal an Frau Dr. Rohner. Ich würde Sie gerne fragen, wie beurteilen Sie die erweiterten Möglichkeiten zum Erlass des Kredites? Und die zweite Frage, also Stichwort möglicherweise Fehlanreize, die zweite Frage richtet sich dann an Frau Professor Tippe. Mal vorausgesetzt, dass die erweiterten BAföG-Möglichkeiten vielleicht zu einem Anstieg der Studentenzahlen führen könnten. Was ist dann auf Seiten der Qualitätssicherung zu beachten? Wie beurteilen Sie das insbesondere im Zusammenhang mit der Kapazitätsverordnung? Vielen Dank. Frau Rohner. Vielen Dank für die Frage. Unsere Mitglieder finden das eine gute Idee, die im Regierungsentwurf dargelegt wird, mit den Rückzahlungsmodalitäten, was das Darlehen anbetrifft und auch mit den Möglichkeiten, das Leuten zu erlassen. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, der vielleicht im Bereich Studien- und Berufsorientierung noch mal verstärkt werden sollte. Wir leben in Deutschland in einem Land, wo wir keine Studiengebühren haben an staatlichen Hochschulen. Das ist ein sehr, sehr gutes System. Und die Möglichkeiten, die hier das BAföG bietet, des Darlehens, sind auch und der Rückzahlungsmodalitäten sind auch sehr gute. Und ich glaube, mit besserer Information nimmt man Leuten auch Ängste. Vielen Dank. Frau Professor Tippe. Ja, also vielleicht ganz kurz. Zum einen ist es so, wenn mehr Menschen gefördert werden, haben wir überhaupt keine Probleme in den zulassungsfreien Studiengängen. Und davon gibt es im Moment noch relativ viele. Es gibt viele Bundesländer, die haben weniger Studierende in den letzten Jahren und die Hochschulen sind nicht ausgelastet. Und bei den zulassungsbeschränkten Studiengängen würde ich jetzt ganz salopp sagen, dann kommt sozusagen auch eine Klientel rein mit sehr guten Leistungen, die dann endlich die Chance hat, auch bei diesen zulassungsbeschränkten Studiengängen zum Zuge zu kommen. Also von daher eröffnet das einfach nur den Pool derjenigen, die die Möglichkeit haben. Und aus Hochschulsicht würde ich mich sehr freuen, wenn dann eben einfach eine größere Gruppe auch zum Zuge kommt und sowohl das eine als auch das andere nutzen kann. Danke an BDA und HRK. Gibt es noch eine Rückfrage? Ja, es war die Frage noch nach der Kapazitätsverordnung. Ist das für Sie ein Problem oder in dem Zusammenhang nicht? Genau, also deswegen sehe ich da auch im Moment überhaupt gar kein Problem. Also es gibt, wie gesagt, viele Länder, die sind nicht ausgelastet. Die Studierendenzahlen sind zurückgegangen. Da sehe ich überhaupt gar keine Thematik. Und bei den zulassungsbeschränkten Studiengängen, da müssen Sie sich dem Bewerbungsverfahren unterziehen. Und da sehe ich an den Zulassungen oder an den Kapazitätsverordnungen und so überhaupt gar nichts, gar keine Thematik derzeit. Danke, Frau Tippe. Dann rufe ich jetzt auf für die Linksfraktion Nicole Gohlke. Danke schön. Meine Frage geht noch mal an den FZS. Die 27. Novelle skizziert ja den ersten Notfallmechanismus, der dann in der 28. Novelle weiter definiert werden soll. Und die wird uns ja auch bald erreichen. Es ist ja so, dass in den letzten Jahren, sage ich mal zweieinhalb Jahren, insbesondere psychosoziale Faktoren dazu geführt haben, dass Regelstudienzeiten nicht eingehalten werden konnten, die ja dann auch ausgesetzt wurden. Auch vor diesem Hintergrund wäre ja aber mindestens der Wegfall des Leistungsnachweises zum Beispiel sinnvoll. Und welche weiteren Faktoren zur Abfederung der Pandemie folgen, die uns ja auch jetzt erst nachgelagert erreichen werden, müssten in Ihren Augen in der Novelle eigentlich mit aufgegriffen werden? Vielen Dank, Frau Grotha, FZS. Ich glaube, dass viele der Punkte, die ich schon angesprochen habe, zum Beispiel die Elternunabhängigkeit, vielen Studierenden helfen würden, die jetzt eben Probleme bekommen haben über Corona. Die Nachweispflicht sowieso, das ist ein ganz starkes Problem, weil eben Kurse teilweise nicht stattgefunden haben, unregelmäßiger stattgefunden haben und gar nicht belegt werden konnten. Wir sehen aber ja auch immer noch, dass eben die Pandemie noch mal unter Beweis gestellt hat, dass strukturelle Armut unter Studierenden ein großes Thema ist. Und wir haben eben schon über die Studierenden Starthilfe gesprochen, zum Beispiel. Auch die wäre in dem Fall zum Beispiel ein sehr wichtiger Abfederungsmechanismus. Da gäbe es eine Blaupausa Schleswig-Holstein, die so kopiert werden könnte. Genau. Und an der Stelle vielleicht auch noch mal zu betonen, einfach Geld ist an der Stelle nicht der entscheidende Faktor. Es sind Milliardenbeträge, die seit Jahren zurücklaufen in den Bundeshaushalt, weil eben diese Mittel nicht abgerufen werden. Und genau diese Mittel hätten schon in der Pandemie in die Hand genommen werden müssen, um eben einen Notfallmechanismus zu gestalten, der eben auch wirklich hilft. Anders als das, als die Nothilfe, die dann vom Karliczek-Ministerium aufgesetzt wurde. Genau, da würden wir uns einfach eine Verbesserung wünschen. Vielen Dank. Nachfragen, Frau Goelke? Darf ich noch eine an Herrn Anbuhl stellen? Ganz kurz nur noch mal auch Erfassung und Bearbeitung von Anträgen in der angemessenen Wartezeit. Was da jetzt sozusagen noch mal Hebel sein können, die helfen können? Und inwieweit könnte ein Vollzuschuss sozusagen anstatt eines Darlehens eine Bearbeitungslast in den Ämtern absenken? Oder hätte das keinen Einfluss aus Ihrer Sicht? Herr Anbuhl? Impuls. Ich glaube, das beantworte ich noch mal. Wir brauchen die Leute, die die Anträge bearbeiten können. Bei Zuschussdarlehen sehe ich einfach erst mal die Verschuldungsangst als Hauptthema. Das haben wir auch in Sozialerhebungen jetzt in früheren schon gehabt, dass vielfach gesagt wurde, wenn du ein BAföG nehmen konntest, ein Studium anfangen konntest, warum machst du es eigentlich nicht? Und dann ist die Verschuldungsangst immer ein Thema. Es ist ein Thema von Familien mit Knappheitserfahrung und Darlehensanteil rückzuführen, lohnt sich deswegen. Ich glaube, es wird jetzt bei der Bearbeitungszeit gar nicht so viel bringen am Ende, aber es gibt andere gute Gründe, das zu machen. Vielen Dank an DSW. Dann rufe ich jetzt auch für die SPD-Fraktion Frau Seitzel. Vielen Dank. Ich möchte auch noch mal anknüpfen an die Frage, wie bekommen wir eigentlich mehr Menschen aus einkommensschwächeren Hintergründen ins BAföG rein? Und Frau Obertsch, Sie haben da verschiedene Beispiele genannt. Das eine war so ein BAföG-Rechner, der eben nicht von privaten Anbietern angeboten wird, sondern von Öffentlichen. Da wäre meine Frage mal ganz blöd gefragt an Herrn Anbul, dass die Studierendenwerke, die BAföG-Ämter sind ja häufig bei den Studierendenwerken angesiedelt. Wie kann man sich das denn vorstellen? Können Sie sich das denn vorstellen, in irgendeiner Art und Weise umsetzbar zu machen? Und die zweite Frage war, ging auch noch mal in Richtung Senkung Darlehensanteil. Über die Verschuldungsängste ist hier schon viel gesprochen worden. Und die sind ja auch einfach in verschiedenen Erhebungen mittlerweile gezeigt worden. Es gibt auch so etwas wie akademisches Prekariat. Also auch dann, wenn man studiert hat, hat man nicht unbedingt ein hohes Einkommen. Das kommt ja noch dazu. Wie kann denn diese Senkung des Darlehensanteils aussehen? Welchen Weg könnte man da gehen? Die Frage ginge an Frau Urbatsch. Okay, dann starten wir mit Herrn Anbul. Ja, also zunächst mal muss man sagen, jetzt auch jenseits des BAföG-Rechners sind wir in der BAföG-Beratung einfach unterwegs und in der Finanzberatung und Sozialberatung und informieren viele Leute. Wir haben auch manchmal das Erlebnis, dass Leute vielleicht mit dem KfW-Studienantrag zur Finanzberatung bei uns kommen und dann mit dem unterzeichneten BAföG-Antrag wieder rausgehen. Das sind ja auch Phänomene, die wir haben, weil die sehen, Mensch, der Darlehensanteil ist gedeckelt. Ich komme da eigentlich gut mit zurecht in dem Bereich. Das ist erst mal ein wichtiger Punkt. Das zweite ist BAföG-Rechner. Da gibt es diverse. Da kann ich mir schon vorstellen, dass man da auch noch mal guckt, was könnte man da besser machen in dem Bereich, ob man da ein Tool für findet. Denn letzten Endes gibt es auch an einzelnen Standorten schon. Das könnte man gucken, ob man das ausbaut. Aber wie gesagt, das Größte für uns ist, wir machen wirklich eine Finanzberatung aus einer Hand und das Beispiel, die Leute gehen rein und kommen raus mit einem anderen Produkt, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass es geht, die Leute, wenn sie das fachkundige Wissen haben oder das Fachwissen haben, vernünftig zu beraten. Danke an DSW. Als nächstes Arbeiterkenntnis, Frau Oberwart. Es braucht beim BAföG sehr viel Beratung und die kann man nicht genug ausbauen. Menschen brauchen Unterstützung bei der Beantragung. Ich würde mir auch wünschen, dass die Hochschulen bei der Zulassung gleich die Finanzunterlagen mit verschicken. Das wäre auch mal eine Idee. So ist das in den USA, dass das alles zusammen verschickt wird, weil das ist bei uns in Deutschland sehr getrennt. Das heißt, viele rufen bei uns an und fragen, ob sie bei uns BAföG beantragen können oder auch bei den Hochschulen. Und ja, Senkung des Darlehensanteils, wie das jetzt in der Praxis funktionieren kann, das weiß ich nicht. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass je geringer der Darlehensanteil ist, je höher werden die BAföG-Anträge ausfallen. Und insbesondere in der Zielgruppe der Finanzschwachen. Die Frage ist vielleicht auch noch mal, ob man das irgendwie staffeln kann. Das könnte man mal prüfen. Vielen Dank für die Unionsfraktion, Frau Staffler. Ja, besten Dank. Ich würde gerne noch mal eine Frage anschließen an den Herrn Staatssekretär, lieber Jens Brandenburg. Jetzt ist ja sehr häufig das Thema Antragstellung vereinfachen angesprochen worden und unterschiedliche Ideen diskutiert worden. Wir unterstützen das im Grundsatz natürlich schon. Die Frage ist, wo setzen Sie da an? Haben Sie da eine Evaluation, die Ihnen sagt, an welchen Stellen und warum man das Antragsprozedere oder warum es überhaupt zum Imageverlust dadurch kommt, zu den rücklaufenden Zahlen? Oder wie kommt man dann zu den konkreten Vorschlägen? Weil irgendwo muss man muss ja sozusagen, wenn nur allein das Antragsprozedere an sich kann es ja nicht. Also die Frage ist, wo setzt man an in diesem Prozedere? Gibt es da eine Evaluation? Also bisher ist da jetzt keine separate Evaluation beauftragt. Wir werden ja zu anderen Fragen, die eben besprochen werden, nächstes Jahr die Zahlen der Sozialerhebung, also noch mal aktualisierte Zahlen haben. Die werden sicher in eine kommende Reform dann mit einfließen. Gerade diese Punkte, wie kann man das Antragsverfahren vereinfachen? Da werden wir entsprechend auch einen Prozess mit aufsetzen. Ich meine, heute sind viele wertvolle Stimmeninput mit dabei. Auch sehe ich mit dem Parlament noch mal sprechen. Es ist heute, glaube ich, sehr deutlich geworden, dass das ein dickes Brett ist und nicht ganz einfach zu lösen. Insofern ist es gut, dass wir zwar jetzt schnell zum Wintersemester die ersten Schritte machen, aber für die nächste strukturelle Reform etwas mehr Zeit haben. Dieser Prozess, der wird recht breit ausgesetzt. Danke, Herr Staatssekretär. Gibt es noch Fragen der Unionsfraktion? Sehe ich nicht. Dann würde ich jetzt in den gesamten Ausschuss fragen. Gibt es noch Fragen, die Sie unbedingt loswerden möchten? Dann würde ich jetzt noch mal einmal sammeln. Bisher habe ich aber nur eine Wortmeldung und rufe deshalb direkt auf Frau Dr. Sitte für die Linksfraktion. Ja, danke schön. Der Blick auf den Bedarfssatz, der erhöht wird und der Blick auf die Erhöhung der Wohnpauschale und die jüngsten Debatten um Energiepreisentwicklung und Ähnliches bringen mich darauf noch mal zu fragen, insbesondere mit Blick auf Studierende und ihre Wohnsituation, ob nicht jetzt bei dieser Reform schon mit aufgenommen werden sollte, auf solche Faktoren mit Rücksicht zu nehmen, es entweder als eigenständigen Posten mit aufzunehmen oder eine Pauschale auch unter diesem Blickwinkel mit aufzunehmen. Kalt- und warm mieten, nur mal so als Stichwort an Herrn Anbuhl und an die Kollegen von FZS. Herr Anbuhl. Generell gehört das für mich einfach noch mal an die Frage, wie können wir empirisch transparent den Grundbedarfssatz und studentischen Warenkorb ermitteln, was uns auch Gerichte einfach beauftragt haben. Da gehört die Frage mit rein. Fakt ist jetzt aber das, was ich vorhin gesagt habe, wir liegen jetzt schon unterhalb des Inflationsanstiegs mit den Plänen für die Bedarfssätze. Und noch viel schlimmer ist, dass wir in vergangenen Jahren eigentlich schon vergessen haben, mitunter zwischen 2010 und 2016 gab es nicht eine einzige Anhebung der Bedarfssätze. Das fällt uns immer noch auf die Füße. Wir hängen immer noch hinterher. Es gab 2019 eine Erhebung des FIPS von Herrn Dr. Dieter Domenfederführend, der gesagt hatte, wir bräuchten damals schon eigentlich einen Grundbedarfssatz von 500 bis 550 Euro. Heute kommen wir jetzt auf 449 Euro mit dieser Novelle. Das zeigt einfach, dass wir einen Riesenbedarf haben, regelmäßig die Bedarfssätze anzuheben und dass wir auch nochmal einen Plus brauchen im Vergleich zu den jetzigen Plänen. Vielen Dank, Frau Grotha vom FZS. Ich kann mich der Herrn Ambu nur anschließen. Es braucht eine regelmäßigere Anpassung der BAföG-Sätze, als es in den vergangenen Jahren passiert ist. Und diese Anpassung muss sich eben noch mehr an wirklichen studentischen Realitäten orientieren, als sie das bisher tut. Denn wir liegen mit dieser Anpassung nicht nur unterhalb der Inflation, sondern selbst der Höchstsatz ist immer noch unter der Armutsgrenze. Das müssen wir einfach ganz klar so benennen. Und es wird gerade gerichtlich verhandelt, ob nicht die Bedarfssätze verfassungswidrig niedrig sind. Und das sollte doch zum Anlass genommen werden, wirklich deutlich zu machen, dass es eine regelmäßigere Anpassung der Sätze braucht. Noch Nachfragen, Frau Sitte? Mit Blick auf die aktuelle Entscheidung, dass Studierende nur 200 Euro bekommen, wenn sie einen Nebenjob haben, wäre das nicht wenigstens erst mal, diesen Einmalzahlungsbetrag auszuweiten, auf die gesamte Studierendenschaft, die BAföG bezieht? An wen richtet sich die Frage? An Frau Grotha. Ich gebe ein paar Sekunden drauf. Absolut. Also diese im Entlastungspaket beschlossenen Zuwendungen erreichen längst nicht alle Studierenden. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass nur 10 % aller Studierenden überhaupt nicht BAföG beziehen. Das ist viel zu wenig. Und auch diejenigen, die kein BAföG beziehen, sind auf solche Zuwendungen angewiesen. Deswegen muss dieser Bezugsrahmen absolut ausgeweitet werden. Ich frage ein allerletztes Mal, ob es noch Nachfragen gibt. Frau Schröder für die FDP-Fraktion. Ich würde gerne zum Thema Bedarfssätze doch noch mal fragen, weil wir haben natürlich eine gewisse Herausforderung. Auf der einen Seite wollen wir diejenigen, die es nötig haben, mit dem BAföG unterstützen. Dafür heben wir die Freibetränke so stark an. Auf der anderen Seite sind Studierende insgesamt nicht die reichsten Leute in der Gesellschaft. Das wissen wir alle. Wir haben auf der einen Seite die 5 % Erhöhung der Bedarfssätze hier schon besprochen. Wir haben auf der anderen Seite 11 %, was ja sehr viel mehr ist, auch als die Inflation bei dem Wohnkostenzuschlag, den auch ein Großteil der Studierenden erhält, die BAföG bekommen. Vor dem Hintergrund würde ich vielleicht auch noch mal fragen, weil es jetzt ja auch um Inflationsausgleich ging, um die Frage auch der gestiegenen Energiekosten, wie Sie da den Heizkostenzuschlag bewerten. Der ist ja auch schon auf den Weg gebracht und könnte ja auch eine Unterstützung für die Studierenden sein. Vielleicht an Frau Grotha und Herrn Anbuhl. Herr Anbuhl. Die Frage war nach dem Heizkostenzuschuss, wie wir den bewerten. In der Tat, den bewerten wir positiv. Wir haben uns auch dafür stark gemacht, dass BAföG-Empfängerinnen ihn bekommen. Die bekommen wir 230 Euro. In der Tat, das sind nur 11 % der Studierenden. Betroffen sind natürlich von den Preissteigerungen alle Studierenden. Das muss man dann einfach wissen. Das ist die Frage des Bezugsrahmens. Wir finden das übrigens da auch gut, dass er ohne Antragsverfahren gemacht wird, sondern automatisch ausgezahlt wird. Das zahlt bei der Frage Bürokratiearmut ein. Das ist ein wichtiger Punkt. Insofern begrüßen wir den Heizkostenzuschuss. Ich vermute mal, dass bei der jetzigen Preisentwicklung es nicht beim Einmaligen bleiben wird. Frau Grotha. Ich kann mich da Herrn Anbuhl nur anschließen. Auch wir begrüßen ausdrücklich, dass Studierende einbezogen werden in diesen Heizkostenzuschuss, auch wenn es natürlich schade ist, dass dieser niedriger ist als für bestimmte andere Bezugsgruppen. Und er erreicht eben zu wenig Studierende. Gerade von diesen Kosten sind alle Studierenden gleichermaßen betroffen. Wir sehen die Studie des Paritätischen Verbands, die gestern gerade erst rausgegeben wurde. 30 % aller Studierenden, die in Armut leben. Noch viel, viel mehr von denen, die in Ein-Personen-Haushalten wohnen. Und dementsprechend müsste dieser Zuschuss alle erreichen und nicht nur diejenigen mit BAföG. Vielen Dank. Damit hatte FZS das Schlusswort. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir können die Anhörung damit vor der ursprünglichen anberauenden Zeit abschließen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Herrn Anbuhl, Frau Bauernfeind, Frau Bolenius, Frau Grotha, Herr Müller, Frau Rohnner, Frau Tippe und Frau Urbatsch, an unsere Sachverständigen ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich bedanke mich auch ausdrücklich bei den Kolleginnen und Kollegen, dass wir in diesem neuen Frage- und Antwort-Kontingentformat das erreicht haben, was wir uns für diese Wahlperiode vorgenommen haben, nämlich etwas dynamischere Anhörungen. Ich fand das heute, dass das Experiment gelungen ist, es jetzt künftig so zu machen und nicht irgendwie wie in der letzten Wahlperiode. Ich bedanke mich für viele wichtige inhaltliche Anregungen zur 27. BAföG-Änderungsnovelle. Wir wissen, dass dann die 28. auch dann heute im Kabinett verabschiedet wird. Das heißt, es wird auch mit der Strukturreform, die noch geplant ist, weitere Möglichkeiten geben, in dieser Wahlperiode sich über das BAföG intensiv auszutauschen. Und ich gehe davon aus, dass die Vermehrung der Erkenntnisse heute auch in die weitere Novellenarbeit einfließen wird. Ganz herzlichen Dank an alle Beteiligten. Damit schließe ich die Anhörung und damit auch diese Sitzung. Und bitte jetzt die Sachverständigen ganz herzlich, den Ausschusssaal zu verlassen. Und bitte die Kolleginnen und Kollegen, hier noch ein paar Minuten für die nächste Anhörung zu bleiben. Danke. 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 Danke.